In Folge 68 haben wir uns hier im Mac & i-Podcast schon mal über Standard-Apps unterhalten. Ja, und Leo und ich dachten, das frühstücken wir mal eben in einer halben Stunde ab. Aber es hat sich gezeigt, es gibt da doch eine ganze Menge drüber zu berichten und zu diskutieren. Und wir waren längst noch nicht am Ende der Standard-Apps angekommen, die auf dem iPhone, dem iPad und weiteren Geräten dann da drauf sind. Und deshalb haben wir uns gedacht, mach mal eine Vorsetzungsgeschichte draus. Und heute ist der zweite Teil der Standard-Apps rechtzeitig, bevor Software sowieso ein großes Thema wird bei Apple. Die WWDC, die Weltentwickler-Konferenz, steht vor der Türe. Und dort wird uns sicherlich auch das ein oder andere Update der Standard-Apps ins Haus stehen. Vielleicht gibt es ja sogar neue. Also noch schnell abfrühstücken, was den Status Quo betrifft. Jetzt in Mac & i-Podcast Nummer 73. Und damit herzlich willkommen, ja. Zum guten Standard des Mac & i-Podcasts zählt, dass Leo Wecker mit von der Partie ist. Hallo Leo. Ja, hi, Malte Kirchner, wo wir uns hier wieder so höflich mit Vor- und Nachnamen ansprechen. Ist das doch immer sehr schön, komplette Namen zu nennen. Ja, wir hatten ja das letzte Mal bemerkt, dass diese, ich weiß, ich habe es schon wieder vergessen, über 40 Apple-Standard-Apps, 45 oder 46 oder sowas, je nach Land, bisschen unterschiedlich waren es ja, dass da doch ziemlich große Palette auf jedem iPhone schlummert. Und wir in der Tat gar nicht so weit gekommen sind in unserer letzten Folge. Also wir haben heute doch noch einiges zu besprechen zu diesen Standard-Apps. Ja, vor allem der Begriff Betriebssystem bekommt ja auch eine ganz andere Dimension, wenn man sich mal vergegenwärtigt, wie viele Apps Apple da auch drinstecken hat. Also einerseits wird ja eben von Version zu Version am Maschinenraum sozusagen geschraubt, das Betriebssystem im Allgemeinen, was ja auch schon ein gewaltiger Unterbau ist, den ja eben jedes Apple-Gerät mittlerweile hat. Aber ja, ich meine, wenn man sich anschaut, was für große Teams teilweise an einzelnen Apps arbeiten, jetzt bei Drittentwicklern. Und wenn man sieht, dass im Hause Apple, was da alles an Standard-Apps betreut werden muss. Also mir ist zumindest so als Learning hängen geblieben, dass das vielleicht auch so manche Kritik relativiert, dass dann gesagt wird, na, die App hat aber länger nicht so viel Liebe bekommen, weil Apple einfach da knallhart Prioritäten setzen muss, dass sie da dann ihre ganzen Apps dann eben auf dem Laufenden halten. Das ist einfach unglaublich umfangreich. Und wenn man sich diese Liste anschaut, die sie ja jedes Jahr zu den iOS-Updates rausfallen lassen, so und so viele neue Funktionen da und da, da kann man eigentlich, ich meine, jetzt ist es natürlich auch ins Blaue hineingeraten, aber da würden zwei Drittel oder drei Viertel vielleicht von diesen Funktionsneuerungen sind eigentlich Funktionsneuerungen in diesen Standard-Apps und jetzt gar nicht spezifisch im Betriebssystem. Nämlich, manches verfließt ja ein bisschen. Das sind ja dann inzwischen, manche Apps sind ja schon so ganze Content-Behälter und manche Apps sind natürlich irgendwelche Dienste, die da dran gebaut sind oder die mit anderen Bereichen des iPhones verknüpft sind. Apple Wallet kommen wir ja zum Beispiel auch noch dazu, die also tief integriert sind. Aber ein Pulk an neuen Funktionen liegt eigentlich immer in diesen Haupt-Apps und von denen profitieren auch viele Nutzer, weil ich glaube auch, viele Nutzer benutzen einfach diese Standard-Apps, weil sie nicht nur, weil sie da sind, sondern weil viele davon auch wirklich gut sind. Ja und weil sie auch beispielhaft dafür stehen, wie man eben dann plattformübergreifend damit arbeiten kann. Also Apple hat ja die meisten Standard-Apps ja eben auch auf mehreren Plattformen und du hast halt dann diesen nahtlosen Datenaustausch. Da macht Apple ja auch das vor, was ja auch Entwicklern geraten wird, oder was Apple gern von Entwicklern sehen würde, dass sie sich nicht nur auf eine Plattform wie das iPhone zum Beispiel konzentrieren, die ja mit Abstand attraktivste Plattformen für Entwickler, sondern eben auch sagen, okay, wenn der Nutzer noch ein Tablet hat, also ein iPad, eine Smartwatch, die Apple Watch, dass dann eben auch die Daten dort bereitstehen. Und ja, dass die Arbeiten an den APIs, dass Apple es leichter gemacht hat, plattformübergreifend zu arbeiten, hat, glaube ich, auch Apple selbst auch ein bisschen in die Hände gespielt, weil sie natürlich dadurch auch ihre Standard-Apps ja eben dann auf ein gemeinsames Fundament setzen konnten. Und das hat sicherlich auch den Wartungsaufwand etwas reduziert. Aber wir sehen ja andererseits auch, und das zeigt ja, wie viel Arbeit da drin steckt, bei der Vision Pro, Apples ersten räumlichen Computer, sind ja sehr viele Standard-Apps ja noch in der iPad-Version da und nicht dann so als native Version. Also da sieht man doch, dass es dann auch schon ein ganz schöner Aufgabenkoffer ist, dass Apple die jetzt erstmal so gelassen hat und sie nicht eben dann gleich in einer nativen Form bereitgestellt hat. Ja, ich wollte mich gerade davor drücken, in die Vision Pro-Diskussion einzusteigen, weil wir sonst länger damit verbringen werden. Aber hoffen wir mal, dass da auch die WWDC einen großen Schritt nach vorne zeigt, weil es natürlich essentiell ist, dass diese Standard-Apps auf einem gleichen Level auf möglichst vielen Betriebssystemen von Apple, wenn du plattformübergreifend sagst, meinst du in dem Fall natürlich Apple-Geräte? Also nicht, dass jemand jetzt hofft, er hätte dann plötzlich, weil manches, ganz einige, also was so Content und Dienste und Inhalte angeht, die erwischt man ja auch mal auf Android, also Apple Music und sowas. Aber selbst da fehlen ja Sachen. Also Apple TV, also TV Plus und so weiter, gibt es ja nicht als Android-App immer noch nicht. Und das ist natürlich ganz faszinierend, dass Apple da auch sein eigenes Ökosystem bedient. Und ich glaube, da, also ich meine, das haben wir ja jetzt auch gesehen, dass die Regulierungsbehörden da sagen, ja, das ist alles böse und Nutzer können nicht mehr switchen. Aber von Apple zu erwarten, halt all ihre Standard-Apps auf ein ganz anderes Betriebssystem zu bringen, wäre ja relativ absurd, muss man unterm Strich auch sagen. Ja, und da liegt ja vielleicht auch die Chance für Drittentwickler, dass sie eben dann genau diese Marktlücke reinstoßen mit ihren Apps, dass sie dann zum Beispiel eben auch die Windows-Version haben, die Android-Version haben. Und das machen ja auch schon sehr viele. Also Apple hat selber kein Interesse dran. Ich glaube auch perspektivisch kein Interesse dran, da eben reinzugehen. Und da können dann eben die App-Entwickler rein. Also so gesehen eine Win-Win-Situation auch ja dann für Apple letzten Endes. Ja, aber lass uns doch mal konkret auf die Apps gucken. Die erste App und ja, das ist dann eben ja auch mit Blick auf den Kalender, den Kalendereintrag, dass die WWDC bald kommt, ist die Kalender-App. Die spielt ja eine sehr zentrale Rolle im Leben vieler Nutzer. Ja, zu Recht auch. Also die ist ja dafür, dass sie nun wirklich halt lange leider nicht mehr eine große Überarbeitung erfahren hat, ist sie halt so ein wichtiges Urbestandteil von dieser ganzen App-Standardreihe, die Apple da mit drauf packt. Und sie ist natürlich auch essentiell, weil sie mehr als nur diese App ist, sondern es gibt ja eben diese Datenbank, die Kalender-Datenbank, die da drunter liegt und die ja praktisch auch andere Kalender-Apps, also auch solche von Drittherstellern, Drittentwicklern auch nutzen können. Insofern hast du da natürlich, übernimmt sie mehr als diese, mehr, also sie ist ein Frontend, was praktisch die Kalender-Daten darstellt, aber hat eben im Hintergrund auch diese systemweite Kalender-Datenbank oder verwaltet die. Und damit ist sie natürlich zentral. Das heißt, selbst wer die Kalender-App nicht nutzt, profitiert ein bisschen davon, dass Apple da dran arbeitet und die weiterentwickelt, weil halt zumindest oft die als ein Datenhüll, also einen Datenaufbewahrungsdienst oder Ort halt genutzt wird. Außer man benutzt natürlich jetzt eine Kalender-App, die mit einem ganz anderen Cloud-Sin. Also wer natürlich jetzt irgendwie Google-Kalender benutzt oder sowas, der ist natürlich völlig unabhängig von den Sachen, die da lokal jetzt auf iOS liegen. Aber es ist insgesamt eigentlich eine nette App. Sie bietet auch, würde ich sagen, fast alle zentralen Basispunkte, die man von der Kalender-App so erwarten würde. Sie haben ja so ganz kleine Sachen im Laufe der Jahre hinzugefügt, dass man Termine so mit relativ natürlicher Sprache eintragen kann. Funktioniert nicht alles immer so hundertprozentig, aber so XY-Termin am nächsten Montag um 14 Uhr klappt meistens schon. Und manchmal ist sie so ein bisschen verwirrt mit solchen Datumssachen. Aber normalerweise bekommt man seine Termine rein und kann sie da auch, glaube ich, ganz gut ansehen. Auch die verschiedenen Ansichten, also Solisten-Ansicht und Wochen- und Tagesansicht, da decken natürlich andere Apps viel mehr ab. Aber das Basiszeug ist, denke ich, ganz gut untergebracht. Ja, finde ich auch. Also ich bin tatsächlich auch immer bei der Kalender-App geblieben. Ich habe auch mal geliebäugelt damit, eine der großen Alternativen zu nehmen. Fantastical ist ja zum Beispiel eine sehr beliebte App, die allerdings auch ein paar Euro kostet, dann auch ein Abo. Und was mich stets davon abgehalten hat, war, dass eigentlich so der Grundbenutzungsumfang der Kalender-App für mich ausreichend war. Also der Mehrwert von Alternativen war nicht groß genug, um dann zu sagen, okay, dafür möchte ich jetzt dann eben monatlich noch zahlen. Ich könnte mir vorstellen, dass das vielen so geht. Wo ich ja viel Potenzial sehe, muss ich sagen, und da sind wir ja bei dem Trendthema KI, was ja auch auf der WWDC eine große Rolle spielen wird. Also ich könnte mir wirklich super vorstellen, dass KI eben mehr Vorschläge macht, was ich eintragen kann. Vielleicht aus meinen E-Mails heraus, aus meiner Kommunikation heraus, dass ich dann diese Befüllung des Kalenders dann eben noch besser und noch mit weniger Aufwand hinbekommen kann. Und da ist ja auch eine große Chance für Apple, weil sie auf Systemebene unterwegs sein können und dann ja eben diese Connections dann auch herstellen können, zum Beispiel zur Mail-App oder zur iMessage. Also da bin ich mal sehr gespannt, inwieweit sie jetzt im ersten Wurf vielleicht schon da in Richtung KI ausbauen. Die Grundstruktur für diese Sachen ist ja auch vorhanden. Also das kennt, glaube ich, jeder, der zum Beispiel per iMessage mal einen Terminvorschlag oder sowas geschickt bekommen hat, wo halt ein Wochentag und eine Uhrzeit drin steht. Den kann man normalerweise antippen, wenn der richtig formatiert ist oder das Betriebssystems erkennt. Und dann kann man den einfach sehr einfach und sehr schnell zu seinem Kalender hinzufügen. Also das ist sehr praktisch. Und auch eine andere Komponente hat Apple dankenswerterweise in den letzten Jahren nicht übersehen und weiterentwickelt. Das ist nämlich vor allem die Frage der Berechtigungen. Wie dürfen andere Apps eben auf diese Kalenderdaten zugreifen? Und da war es ja lange so ein ganz oder gar nicht. Also entweder du lässt eine App, erlaubst eine App auf den Kalender zuzugreifen und dann darf sie aber letztlich auf deine kompletten Termine und die ganze Datenbank zugreifen. Oder du sagst halt nein. Und das war immer sehr schade, weil es gibt ja auch so ganz irgendwie eine banale Situation, irgendeine Shopping-App, die einem halt den Liefertermin in den Kalender eintragen will. Und dafür muss diese Shopping-App um alles in der Welt nicht Zugriff auf alle meine Kalender und Termine bekommen, sondern die muss einfach nur die Erlaubnis haben, ihren einzelnen Eintrag in die Datenbank zu schreiben, ohne einen der anderen Datenbank-Einträge zu sehen, also der anderen Termine zu sehen. Und das ist jetzt inzwischen, ich glaube, das kam erst mit iOS 17 sogar letztlich in der jetzig neuesten Form. Und das war so lange überfällig. Und ich bin wirklich froh, dass wir das ergänzt haben, weil vorher man konnte ja, also ich meine, ich erlaube Shopping-Apps keinen vollen Zugriff auf meinen Kalender. Dafür ist mein Vertrauen in viele Apps inzwischen viel zu gering geworden, muss man sagen. Und wir haben schon viel zu viele Skandale und seltsame Datengeschichten gesehen, die so unschön waren in den letzten Jahren, dass man das sich, glaube ich, immer überlegen sollte. Ja, definitiv ja eine ganz wichtige Komponente beim Datenschutz, weil das sozusagen, ich sage mal, niedergeschriebenes Tracking sein könnte. Du kannst ja bei dem Kalender ja tatsächlich den Tagesablauf von Menschen nachvollziehen, wo sie sich aufhalten und, und, und. Je nachdem, wie gut ein Kalender geführt wird. Und vor dem Hintergrund ist es dann ja richtig, da eben auch eine Schranke einzuziehen. Was vielleicht noch mit Blick auf die Zukunft beim Kalender noch ein Thema ist, ich las jetzt die Tage, dass Apple planen könnte, planen soll, die Erinnerung-App enger zu verzahnen mit der Kalender-App. Was ja auch Dritt-Apps ja auch schon längst gemacht haben. Also diese Verzahnung mit Erinnerung, dass sie tagesbezogen sind, die ist ja nicht, die ist ja nicht jetzt frei erfunden, sondern die ist ja bei vielen eben so schon da, dass das eben, du hast einen Kalendereintrag und sagst vielleicht, dann muss ich noch die und die To-Dos dann irgendwie rund um diesen Kalendereintrag machen. Also für mich klingt das relativ sinnhaft. Die Frage ist allenfalls nur, ob das jetzige User-Interface dann nicht überladen sein könnte. Also ob Apple in dem Zusammenhang nicht vielleicht das User-Interface, der Kalender-App dann auch nochmal so schon, du hast ja gesagt, es ist immer nur in kleinen Schritten weitergegangen. Vielleicht ist es durchaus mal an der Zeit, da ein klein wenig tiefer jetzt auch mal reinzugehen. Man sieht es ganz gut bei anderen Apps, die jetzt schon Aufgaben und Termine kombinieren und die stehen ja eben alle vor dieser Herausforderung. Wie packst du all diese Informationen in die Bedienoberfläche? Und ich meine, Apps wie Fantastical, finde ich, haben das recht attraktiv gelöst. Auch da kannst du, wenn du kannst es natürlich auch einfach abschalten und sagen, ich möchte meine Erinnerungen, meine To-Dos möchte ich nicht in der Kalender-App sehen. Ich will das gar nicht. Und dann sind die da nicht drin. Aber du kannst sie eben mit einfließen lassen. Und dann hast du sie natürlich auch, wenn du die Erinnerungen mit einem Fälligkeitsdatum versehen hast, hast du sie eben auch dann zum jeweiligen Tag im Kalender einsortiert, was natürlich sehr praktisch sein kann, je nachdem, wie man seine To-Do-Liste pflegt. Und Leute haben ja sehr unterschiedliche Strategien, was Erinnerungen und Aufgaben und To-Dos angeht und wie man sich da genau eben den Hinweis oder wie man sich etwa halt wieder daran erinnern lässt. Also da denke ich, wäre aber natürlich schön, auch das bei Apple selber mehr zu verzahnen, weil Kalender und Erinnerungen leben ja jetzt wirklich nebeneinander. Also mit Kalendererinnerungen meine ich die Apple-Apps spezifisch. Die sind einfach, ich meine, sie sind halt da, aber sie sprechen ja eigentlich gar nicht miteinander. Und das ist schon, ist eigentlich schade. Ja, lass uns den Kalender ein Kalender sein und kommen wir zu einer App, der für meine Begriffe ein ziemlich angestaubtes Image anhaftet, auch wenn Apple sich redlich müht, es dann aufzupolieren. Gerade in iOS 17 ist da ja sehr viel passiert. Es geht um die Kontakte-App. Die hat ja eine Historie, 2003 wurde sie eingeführt als Teil von macOS 10 Panther, also schon wirklich sehr alt. Geil. Und ja, in iOS 15 gab es dann schon neue Funktionen, die jetzt bis jetzt dann eben dann Nachhall haben. Was ist so dein Eindruck von der Kontakte? Wie intensiv nutzt du die tatsächlich im Alltag? Sie ist halt sehr versteckt. Also in meinem Alltag ist sie sehr versteckt, dass ich wirklich bewusst und gezielt diese Kontakte-App selbst öffne, kommt also wirklich, wirklich selten vor. Aber sie taucht ja an vielen anderen Ecken und Stellen auf und ist damit ja auch ein bisschen Teil des Betriebssystems. Und wir sind ein bisschen schon, haben sie angekratzt im ersten Teil zu dieser Standard-Apple-Apps-Folge, weil sie natürlich jetzt mit diesen Kontaktbildchen in iOS 17, den Kontaktpostern, da ist sie ja auch plötzlich wieder so ein bisschen präsent, weil halt eben Leute ja ihre eigenen Bilder anlegen können für ihr eigenes Kontaktposter, was dann eben anderen halt dem Gesprächspartner übermittelt wird und da diese Geschichte umgedreht, dass man früher halt immer sein Adressbuch selbst gepflegt hat. Und wenn du mich jetzt anrufst, muss ich ein Foto von dir hinterlegen, damit ich dich sehe. Und jetzt kannst du dein eigenes Foto hinterlegen, das ich dann sehe. Und auf der anderen Seite gibt es auch Leute, die das ganz furchtbar finden, dass jetzt plötzlich Bilder von anderen in ihrem Adressbuch landen, die sie nicht selbst festgelegt haben. Also du kannst das da auch nicht jedem recht machen, glaube ich, unterm Strich. Das ist also eine schwierige, es gibt keine richtig gute Lösung und irgendeinen Teil deiner Nutzer frustrierst du, glaube ich, mit jeder Variante. Aber es ist wirklich so, dass gefühlt ist sie immer noch, wirkt sie sehr angestaubt. Und auch da gab es natürlich im Laufe der Jahre Sachen, die Apple verbessert und ergänzt hat. Also Kleinigkeiten immer wieder natürlich. Und sie ist ja genauso wie die Kalender-App und die Erinnerungen-App hat sie eben diese zentrale Datenbank, die halt auch andere Apps nutzen können und auf die sie zugreifen können, wenn du als Nutzer das zulässt. Aber ich würde mir auch schon wünschen, also da sind viele Altlasten noch gefühlt drin und ich habe schon lange aufgegeben, zum Beispiel meine Kontakte-App, also meine Kontakte in der Kontakte-App in irgendeiner Form sinnvoll zu pflegen oder mich darum zu kümmern. Und ja, das ist der Punkt. Ich glaube, das ist tatsächlich der springende Punkt. Also als Plug-in ist sie natürlich nötig für andere Apps, zum Beispiel in der Mail-App, wenn ich die E-Mail-Adresse meiner Ansprechpartner nicht auswendig weiß, in der Telefon-App, um die Telefonnummer rauszuziehen. Und natürlich auch in den Messengern, die ja auch darauf zugreifen, WhatsApp und Co., dass ich dann auch entsprechend die Daten, also ihre Stellung, du hast es ja gerade beschrieben, ist ja völlig unumstößlich wichtig. Aber diese Geschichte als eigene App und dieses Pflegen eines Adress-Karteibuches oder einer Karteiliste sozusagen, das erinnert mich noch so ein bisschen an PDA-Zeiten, als man noch so offline war und dann auch in dem PDA dann die ganzen Kontakte gepflegt hat. Ich glaube, dass Apple da schon viel richtig gemacht hat, dass sie eben versucht haben, mit den Kontaktkarten zum Beispiel diesen Pflegeaufwand outzusourcen. Nach dem Motto, ach, dann muss ich selber das nicht pflegen, die Leute pflegen das für mich und ich habe dann schon ein schönes, mit bebildertes, eine schöne bebilderte Kontakte-App. Also die Idee an sich fand ich gut. Das Problem ist, sie hat nicht so richtig verfangen bislang, nach meinem Eindruck, weil die Leute nicht mal Bock haben, ihre eigene Kontaktkarte zu pflegen. Ganz zu schweigen von den Vorbehalten, die es dann ja mitunter gibt. Weil es ja auch dann das Problem ist, eine private Kontaktkarte soll ja vielleicht anders aussehen, als eine Business-Kontaktkarte und viele Leute nutzen diese Geräte hybrid und ja, man will jetzt nicht im Hawaii-Hemd bei seinen Anzugträgerfreunden auftauchen oder Kollegen und umgekehrt möchte man ja eben auch nicht dann als der Spießer dann gelten, dann im privaten Kontext. Ich glaube, letztendlich auch, da sind wir wieder beim Thema KI. Also die Frage, dass du hast ja viele Bruchstücke, die du einträgst, in diese Kontaktkarte sind ja in Mails zu finden, zum Beispiel, sind auch manchmal aus Messenger-Kontakten herauszuziehen. Auch da könnte ich mir vorstellen, dass eine schlaue KI diese Daten einsammelt und dann sinnvoll verknüpft in einer Kontaktkarte in Zukunft und dass dann die Kontakt-App aufgewertet wird. Es wäre auf jeden Fall sehr wünschenswert und erfreulich, wenn Apple sich da tatsächlich nochmal die Mühe jetzt geben würde, nachdem sie halt diese Kontakt-Poster, dieses Konzept auf den Kopf gestellt haben, zu sagen, jeder pflegt halt jetzt seinen Eintrag eigentlich selbst idealerweise und das halt weiterzudenken und zu überlegen, wie führen wir da diese verschiedenen Kontaktwege und Daten halt sinnvoll zusammen in dieser einen App, weil inzwischen ja wirklich also die Menge der Kanäle, über die du andere kontaktieren kannst, ist ja tendenziell, immer höher. Also ich meine, ja, 27 Messenger, E-Mail, verschiedene E-Mail-Konten, berufliche, private E-Mails und so weiter. Also es ist auch, es ist ein extrem komplexes Problem, was aber natürlich erfreulich wäre, wenn das sinnvoll angegangen würde und ich meine, man kann schon eigentlich froh sein, dass Apple im Laufe der Zeit zumindest solche Geschichten ergänzt hat, wie so eine Duplikate-Funktion, weil da ist ja wirklich schnell einfach Chaos auch natürlich, gerade wenn du auch noch andere Datenbank einbindest, Klassiker ist halt Exchange oder halt irgendwas, was beruflich genutzt wird in irgendeiner Form, wo du auch nicht praktisch der Herr über diese Daten bist, sondern die Daten kommen von anderer, werden von irgendwo einer anderen Instanz gepflegt und dann hast du einen riesen Datenbank halt zusätzlich auf deinem Telefon mit Firmenkontakten oder der Firmendatenbank. Also das ist alles natürlich so eine Sache, die zu einer hohen Komplexität führt und hoffentlich auch zu Apple, bei Apple zu dem Punkt führen, dass sie sagen, okay, diese Kontakte-App, sie funktioniert zwar auch so, wie sie jetzt ist, aber es wäre schon schön, wenn wir da genug Zeit und Liebe und Aufwand reinstecken würden, um die nochmal einen deutlichen Schritt nach vorne zu bringen. Ob das jetzt der Fall ist mit iOS 18 gehört, hat man ja konkret nichts und natürlich hier auch ein bisschen so diese Hoffnung immer, vielleicht hilft uns KI weiter, irgendwas Fantastisches zu machen. Vielleicht, ja. Also ich meine, klar, wenn irgendwie große Datensätze zu bearbeiten sind, kann man zumindest vielleicht mal schauen, was man am Fluss dabei rauskommt. Wenn sich natürlich die KI dann irgendwelche E-Mail-Adressen ausdenkt und Geburtstage, die nicht der Realität entsprechen, dann wird es natürlich auch schnell heikel. Übrigens, bevor wir Zuschriften bekommen, nichts gegen Anzugträger, das war jetzt natürlich wie ein gewähltes Beispiel, dass das einfach einen Interessenkonflikt darstellen kann. Ja, aber beim Thema KI, ich bin da bei dir. Also wir sollten natürlich auch die Erwartungen nicht zu hoch stecken, dass jetzt in iOS 18 KI überall drinstecken wird in ausreichendem Maße, sondern ich denke mal, Apple macht jetzt einen Aufschlag und man darf gespannt sein, was sie als erste Prioritäten auserkoren haben, wo sie anfangen damit und wie sie damit anfangen. Aber ich sehe hier schon gerade mit Blick auf die Standard-Apps ist auch so eine Zeitenwende. Also diese ja teilweise sehr alten Apps könnten eben eine entscheidende Fortentwicklung dann bekommen, wenn sie dann eben jetzt dann unter Zuhilfenahme von KI dann dem Nutzer dann eben gewisse Pflegeaufwände dann abnehmen können. Also da bin ich mal gespannt, inwieweit Apple da was draus macht oder ob, was sie jetzt dann da mitschreiben, wenn wir diesen schönen Podcast publizieren, was wir an schönen Ideen hier entwickelt haben. Ja, in der nächsten App scheiden sich, so scheint mir die Geister. Zumindest auf dem Mac ist das definitiv so. Dort wurde sie auch eingeführt im Jahre 2003. Also wir sind jetzt im 21. Jahr erschien die Apple Mail-App als Teil von macOS 10 Panther. Und es gab auch in iOS 15 und macOS Monterey einen ganzen Schwung an neuen Funktionen, unter anderem zum Thema Datenschutz, zum zeitverzögerten Versenden und, und, und. Ja, Hand aus Herz, Leo. Apple Mail, ist das die App deines Vertrauens? Also es ist eine App, die ich zumindest auch nutze, aber ich weiß nicht, ob ich sie als meine bevorzugte E-Mail-App einsortieren würde. Also Apple Mail, also abgesehen davon, dass sie ja jetzt schon eine weit über 20-jährige Geschichte hat, gehen ja die Ursprünge von Apple Mail, gehen glaube ich noch viel weiter zurück. Die sind noch aus Next-Zeiten. Also das Ding ist wirklich uralt in seiner Basis. Und natürlich wurde das im Lauf der Jahrzehnte schon weiterentwickelt. Und natürlich kam es halt auf iOS und auf iPhone und iPad. Aber man merkt, dass manche Altlasten noch drin sind. Und auf der einen Seite kann man sagen, ist es ganz gut. Also eine klassische E-Mail-App kann auch was Gutes sein, weil wir haben ja in den letzten Jahren gesehen, es gab so einen Trend, auch gerade was E-Mail-Apps angeht. Da gab es ja eine Phase, wo unglaublich viel experimentiert wurde mit E-Mail-Apps. Und dann sind sehr viele wieder verschwunden, weil sie gegen diesen Konkurrenten, dieser kostenlosen, vorinstallierten Mail-App nicht wirklich irgendwie ein Geschäftsmodell entwickeln konnten. Und es sehr schwierig ist, Leute natürlich auch zum Wechsel von einem E-Mail-Client zu bringen. Und wahrscheinlich auch ein ganzer Berg an Leute keine so besonderen Ansprüche an seine Mail-Clients hat, außer halt E-Mails verschicken und empfangen zu wollen. Und der Rest ist dann auch egal. Und dann haben wir gesehen, dass diese anderen E-Mail-Clients halt meistens natürlich auf einen geschäftlichen Nutzen hingegangen sind, um da halt eine klarere Zielgruppe zu finden. Und dann natürlich bieten all die großen anderen Anbieter, bieten halt eigene an, Gmail, Outlook, sind natürlich alles eigene Apps. Microsoft hat ja auch, hat ja seine Outlook-App auch zugekauft. Und also die iOS für die mobilen Version. Und das ist natürlich, ist spannend, spannend gewesen, das zu beobachten. Und da ist über, im Laufe der Jahre halt viel gekommen und dann leider eben auch viel wieder verschwunden. Und so ist Apple Mail bei mir immer noch eine App, die tatsächlich präsent geblieben ist und die ich eben auch immer wieder, auf die ich immer wieder auch zurückgreife. Ich habe da auch die, glaube ich, einen Großteil der E-Mail-Konten, die ich benutze, sind da bei mir auch konfiguriert. Aber sie läuft halt neben anderen E-Mail-Apps. Und ich habe das dann angefangen so ein bisschen zu trennen, dass ich halt zum Beispiel eben Outlook einfach für die geschäftlichen E-Mails benutze und damit dann halt in Apple Mail aber auch eben nicht diese geschäftlichen E-Mails drin habe, was ja auch ein Vorteil sein kann, weil dann hast du halt einfach, du trennst nicht innerhalb einer App zwischen deinen verschiedenen Konten, sondern du trennst einfach mit per App zwischen den Konten, kann man ja auch machen. Und all diese Gruppen, sie haben dann jetzt auch, gerade das ist auch in den letzten Jahren und auch teilweise noch mit iOS 16, iOS 17, haben sie da so ein paar Funktionen drauf gebaut, die ich nicht so richtig glücklich umgesetzt fand. Gerade diese Idee, E-Mails zu, zu, zu die, die, die Snooze-Taste zu drücken, die Schlummer-Taste bei E-Mails zu drücken, die ist ja, das ist ja so eine Geschichte, die andere E-Mail-Apps schon seit Ewigkeiten unterstützt haben, sehr nützliche Funktionen, weil du halt deine Inbox leer bekommst und dann später halt wieder an diese E-Mails erinnerst wirst. Und Apple Mail hat das aber irgendwie ganz anders gemacht. Da sind die, da hast du diese Erinnerungen gesetzt und dann sind die teilweise in der Inbox geblieben, also die sind gar nicht verschwunden aus der Inbox und das war vom Konzept her, also zumindest mit meinem Konzept, wie sowas funktionieren sollte, war das nicht komfortibel und ich hatte den Eindruck, auch viele Leser oder Zuhörer sind da irgendwie nicht mit klargekommen. Das kann ich bestätigen. Bei mir in einer Inbox, da taucht tatsächlich irgendwie eine jahre alte Snooze-E-Mail immer als erstes auf und dann baut sich dann die restliche Ansicht auf. Also das ist in der Tat sehr irritierend. Ja, also weißt du, ich bin tatsächlich so einer der Verrückten, die mit Apple Mail ausschließlich arbeiten und weiß aber auch um die Defizite. Es ist so ein bisschen, ja, Hassliebe wäre ein bisschen hart gesagt, aber es gibt schon so ein paar Punkte, wo ich wirklich dann denke, es wäre überfällig. Zum Beispiel eben viel mehr Unterstützung beim Sortieren von E-Mails. Du kannst ja die Filterregeln da einstellen, aber es ist doch arg umständlich in Anbetracht der Tatsache, wie wichtig ja gerade heutzutage bei dem Mail-Volumen eben Sortierung ist. Und ich finde auch, dass so dieses Schaffen von Übersicht jetzt durch Ordnerstrukturen, das geht zwar, aber es geht halt nicht in einer Art und Weise, wie ich das zum Beispiel bei so Power-Usern von Exchange schon gesehen habe. Wenn ich so ein aufgeräumtes Outlook bei Kollegen dann mal sehe, dann werde ich doch recht neidisch und mir steht das Wasser in den Augen, weil ich denke, das kannst du mit deiner Mail-App jetzt noch so nicht hinbekommen. Ja, und jetzt muss ich doch wieder diese bösen zwei Buchstaben ins Spiel bringen. Das ist natürlich eine Chance für KI. Ja, würde uns die KI doch nur vor unseren Inboxen retten. Das ist natürlich, das ist sicher die große Eröffnung, die da dran geknüpft ist. Aber ich meine, also abgesehen davon, dass ich Zweifel habe, ob das der Fall sein wird, aber man sieht ja zum Beispiel bei Gmail sieht man schon relativ gut, dass das jetzt schon solide funktionieren kann. Also wenn du einen Anbieter und eine sozusagen diese Form von intimer Datenanalyse betreibst, wie es Google macht, kannst du natürlich E-Mails im großen Stil schon relativ gut in so Oberkategorien einordnen und damit... Mehr noch. Mehr noch. Ich möchte noch hinzufügen, die Suchfunktion. Ich meine, Gmail zeigt, dass man gewaltige E-Mail-Bestände perfekt durchsuchen kann und das ist etwas, woran ich auch immer bei Apple Mail scheitere. Ja, ich weiß, schlaue Menschen wissen genau das einzustellen, diese Suchmaske da oben. Ich nicht. Ja, Gmail verlangt einem da auch nichts ab, sondern man knüppelt da einfach irgendwelche Begriffe rein und meistens findet man dann sehr schnell das, wonach man gesucht hat. Das ist natürlich... Da ist halt Google auf seinem Terrain und da hat natürlich aber Apple Mail auch den, sagen wir mal, die schlechtere Karte, weil es halt mit verschiedenen E-Mail-Konten und damit auch unter Umständen mit verschiedener Technik halt hantieren muss, während Gmail praktisch alles halt serverseitig durchforsten kann, muss Apple Mail ja unter Umständen hast du noch irgendwie irgend so ein uraltes Pop3-Konto drin oder hast irgendwie E-Mails in einem lokalen Ordner liegen auf dem einen Gerät nur. Da weiß man ja auch nicht, was Leute irgendwie aus 20 Jahren E-Mail, 30 Jahren E-Mail, 40 Jahren E-Mail-Historie immer noch mit sich herumschleppen und das ist natürlich was, was ernsthaft schwierig ist, aber ich kann nur... Also ich habe dasselbe Problem wie du auch offensichtlich. Also ich habe... Die Suche fällt mir in Apple Mail auch sehr schwer. Ich brauche gefühlt sehr lange, um zum Ergebnis zu kommen und ich glaube, da ist schon Potenzial... Definitiv deutlich Potenzial noch nachzubessern und auch was halt Einsortieren angeht und auch automatisiertes Einsortieren angeht. Das ist ja alles noch offen eigentlich bei Apple Mail. Ja, dann lassen wir es jetzt mal ein bisschen unterhaltsam werden. Wir gucken nämlich auf eine App, die auch einen interessanten Werdegang hingelegt hat. Es geht um die TV-App. Die wurde ursprünglich 2016 eingeführt als Teil von iOS 10. Sie unterstützt Filme, Fernsehsendungen, Live, Sport und Apple TV Plus. Das kam dann ja auch noch dazu. Und es ist ja auch... Es gibt eine Hub-Funktion. Und ja, zäumen wir das Pferd vielleicht mal von hinten auf. Diese Hub-Funktion. So dieses... Diese Möglichkeit, dass andere Medien-Apps wie zum Beispiel Mediatheken und Streaming-Dienste sozusagen einfließen in diese TV-App von Apple. War das ein schlauer Move aus deiner Sicht? Nutzt du das oder ist das etwas, wo du sagst, da gehe ich immer elegant dran vorbei, direkt in die App des jeweiligen Anbieters? Ich glaube, die Idee war eine sehr gute, die Apple hatte. Und die Idee ist in erster Linie daran gescheitert, dass einfach Netflix bis heute nicht mitgespielt hat. Und dadurch, dass Netflix sich aus diesem Hub entzogen hat, ist das nie wirklich zu einem Hub-Hub geworden, weil halt einer der größten Anbieter letztlich nicht darin präsent war. Und damit hat das für viele Leute vermutlich, zumindest für die, die halt Netflix auch abonniert haben oder Netflix halt benutzen, hat das diese Funktion überflüssig gemacht. Und die Idee, dieses Basiskonzept zu sagen, wir wollen halt in dieser, in unserer, in Apples TV-App alle Dienste vereinen und dir halt wirklich die Übersicht geben, wo du gerade was geschaut hast und welcher Serienfolge von Staffel 3, Episode 27 bist du jetzt gerade und was willst du als nächstes schauen, dass diese Idee fand ich immer eine gute, aber sie ist halt, sie ist einfach nicht aufgegangen und sie ist in erster Linie durch Netflix rausbleibe Strategie nicht aufgegangen, weil ein Hub funktioniert natürlich nur, wenn wirklich alles da unter einem Hut ist. Und dann haben wir natürlich gesehen, ja. Ja, ich möchte ein klein bisschen Fürsprache halten tatsächlich, aber auch nur so ein klein bisschen, weil ich gebe dir, ich gebe dir in der Sache recht. Also für mich ist diese Hub-Funktion, dass ich zuerst in die TV-App gehe, um dann zum Beispiel jetzt irgendwie Streaming-Dienste oder Mediatheken anzusteuern. Diese, dieser Wunsch von Apple ist bei mir nicht in Erfüllung gegangen. Was ich allerdings schon bei mir beobachtet habe und das finde ich schon praktisch, auch wenn das nicht alle umfasst, aber du hast ja zum Beispiel auf dem iPad dieses Widget, wo du dann eben Angebrochenes siehst, was du dir angeguckt hast und dann kannst du sozusagen so eine Warteschlange, in der das alles drin ist und dann kannst du da die Wiedergabe fortsetzen. Und das wird ja auch gespeist von dieser Hub-Funktion der TV-App. Und zum Beispiel Paramount Plus spielt da mit, Prime, glaube ich, spielt da auch mit. Also die sind da alle mit dabei, ZDF, Mediathek. Und da muss ich sagen, das finde ich nützlich, einfach aus dem Grunde, weil dieser Wust an Streaming-Diensten, den es mittlerweile gibt, und einen ja schon auch leicht mal die Übersicht verlieren lässt. Also Beispiel, ich komme ein paar Tage nicht dazu, mir abends eine Serie weiter anzugucken und zwischenzeitlich habe ich irgendwie beim anderen Anbieter irgendwelche Dinge gesehen und dann kann es mir passieren, dass ich mich nicht erinnere, dass ich da noch etwas offen habe. Und dann wird mir das eben dort angezeigt. Also an der Stelle, muss ich sagen, hat das funktioniert, aber es ist natürlich auf sehr niedrigem Niveau. Also gemessen an dem Anspruch, den Apple damals formuliert hat, ist das natürlich weit davon weg, was ja eigentlich mal die Idee gewesen ist. Es ist ja das Unerfreuliche und jetzt kommen wir natürlich von Apples App ein bisschen weg in diesen Markt der Streaming-Apps hinein. Das Unerfreuliche ist ja, dass selbst die großen Anbieter und auch Netflix in seiner eigenen App teilweise angefangen haben, diese Schau-hier-deine-Serien-weiter-Funktion praktisch nach unten zu sortieren, weil die Apps immer dir was Neues und hier schau dir unseren tollen neuen Trailer zu XYZ an und zu dieser Serie und dem, egal ob dich das interessiert oder nicht, weil das war plötzlich, ist in den Fokus gerutscht und das ist unerfreulicherweise ja auch bei TV Plus in den Fokus gerutscht. Das heißt, es gab ein Update oder es war auch, glaube ich, serverseitig teilweise dann freigeschaltet, dass Apple diese Was-kommt-als-Nächstes-Ansicht, What's-next, aber ich weiß nicht, als Deutsch heißt die, glaube ich, einfach als nächstes oder so, die du auch gerade beschrieben hast, die in dem Widget eben auch verfügbar ist und in der App haben sie angefangen, die auch ein bisschen nach unten zu sortieren und dann obendrüber halt Trailer für hey, nächste TV Plus Serie, schau dir mal den Trailer an und ich, also ich meine, ich meine, vielleicht sind Leute auch froh, die sich abends hinsetzen und sagen, ich will jetzt einfach irgendwas schauen, dann schauen die sich und sagen, ach ja gut, dann schaue ich das, aber ich will da nicht irgendwas gefüttert bekommen, sondern ich will da das weiterschauen, was ich mir ausgesucht habe und das wird mir, also als ein relativ aktiver Konsument von diesen Inhalten wird es mir relativ schwierig gemacht und leider ist auch Apple diesem sehr auffälligen Trend in dem Streaming, im Videostreaming-Markt verfallen, wie alle anderen großen Anbieter auch, das halt einfach nach unten zu sortieren und zu versuchen, dir immer irgendwelche neuen Serien vorzusetzen und neue Produktionen und es ist bei allen so. Ja, Disney Plus ist völlig egal, alle funktionieren nach diesem Prinzip inzwischen. Aber da liegt ja auch der nicht auflösbare Interessenkonflikt meines Erachtens drin, dass Apple selber ein Player ist. Also es wäre diese Initiative zu sagen, wir bieten den Hub für alle Streaming-Dienste und Anbieter, wäre ja, hätte einen anderen Geschmack, wenn Apple selber nicht aktiv wäre und da sie selber aber ja um diese Konkurrenz buhlen, man muss ja sagen, sie machen es ja zumindest in diesem als nächstes Widget ist es jetzt ja nicht so, dass da Apple TV Plus sichtbar bevorzugt wird, sondern es wird ja gleichberechtigt behandelt. Das muss man fairerweise sagen. Aber spätestens, wenn du in die App gehst, merkst du natürlich wie bei Apple Music, dass sie dort eben Verkauf betreiben. Und das, ja, das macht es halt. Ich glaube, alleine die Erwartung, dass das Apple oder das Denken, dass Apple da eben auch als Anbieter aktiv ist, macht diese ganze Hub-Geschichte eben ein bisschen schwierig aus Sicht vieler Nutzer. Was ich auch den Eindruck habe, immer was, was ein Punkt, der immer wieder für Verwirrung sorgt, ist, dass eben Abo-Inhalte und Bezahl-Inhalte, also Kauf- und Miet-Inhalte verschwimmen, weil es ist ja der alte iTunes-Store ist ja praktisch noch integriert, sodass du eben einen Spielfilm auch ausleihen kannst oder sogar kaufen kannst. Und zugleich hast du halt eben TV Plus als Streaming-Anbieter zum Flatrate-Preis, den du halt bezahlst. Und auf die Inhalte kannst du ja dann zugreifen. Die Prime-App, also Amazon Prime-App hat ja ein selbes Problem. Das sind auch diese Kauf-Inhalte und zugleich sind die in Anführungszeichen kostenlosen Inhalte drin, für die man natürlich auch bezahlt, aber in einer anderen Form. Und das ist was, was, glaube ich, Nutzer immer wieder verwirrt. Sagen ja, ich will jetzt halt den Film schauen, aber dann musst du den plötzlich kaufen oder du musst den halt leihen oder sowas. Und dann diese verschiedenen Formen, Inhalte zu konsumieren und dann drumherum halt auch für diese Inhalte zu bezahlen, ist was, was ich immer eine relativ unnötige Komplexität fand. Netflix hat es da halt lange sehr einfach gehabt, weil Netflix war einfach Netflix. Solange du abonniert hast, konntest du halt einfach alles schauen. Und wenn du nicht abonniert hast, warst du halt raus. Und dann war es auch egal. Also das ist natürlich, ja, war immer eine Schwierigkeit von dieser, dass diese TV-App eben so viel unter einen Hut bekommen wollte. Aber sie ist eigentlich, also per se ist sie gar keine so verkehrte App, aber natürlich inzwischen auch eben ein sehr starkes Vehikel. Ich meine, jetzt hast du natürlich noch die Fußballgeschichte, MLS ist natürlich super prominent drin, TV Plus ist halt super prominent drin und dann wird es natürlich sehr schnell zu einem Vehikel, was einfach dir in erster Linie Apples eigene Abo-Angebote unter die Nase reibt. Ja, man merkt deutlich, dass dieser generalistische Anspruch halt dann eben in den Hintergrund gerückt ist. Noch stärker finde ich bei der Musik-App, wo es ja wirklich augenscheinlich oder augenfällig ist. Das war seinerzeit die Aufbewahrungszentrale für iTunes-Käufe und sonstige Sachen, die man sich da reingeladen hat. Heute ist es dann auf dem iPhone zumindest, springt einem sofort der Splash-Screen immer ins Gesicht. Möchtest du nicht ein Abo haben? Wenn du nicht, das schon da gekauft hast. So, bei der nächsten App, Leo, würde ein guter Podcast-Freund von mir sagen, ich gehe mir jetzt mal einen Kaffee machen, sprich du mal darüber. Es geht um die Fitness-App. Das ist auch eine gute Strategie. Dann kann man auch Kaffee trinken, ist sowieso immer eine gute Strategie. Aber die Fitness-App ist natürlich gar nicht so uninteressant, weil die ja auch ein seltsames Konstrukt ist, was Apple letztlich eigentlich von der Apple Watch irgendwie zurück aufs iPhone gebracht hat. Und die Fitness-App, die war zuerst, die gab lange Zeit auch nur Sinn in Kombination mit der Apple Watch. Also für Leute, die eben neben dem iPhone überhaupt auch eine Apple Watch benutzt haben. Inzwischen ist es ja so, dass Apple es praktisch geöffnet hat, sodass Fitness auch, du kannst auch andere, also alles, was alle Sport-Apps oder Fitness-Apps, die halt Daten in Apple Health reinspeisen, die können dann letztlich, wenn sie das in richtiger Form machen, halt ihre Daten auch in die Fitness-App, bringen die ihre Daten auch automatisch in die Fitness-App, sodass du da auch eine Übersicht halt hast. Man hat halt irgendwie, war es halt wandern zum Beispiel oder halt laufen oder was auch immer man halt für eine Sportart da eben eingetragen hat oder gemacht hat. Und dann hat Apple ja noch so ein ganzes Ding dran geknüpft, was halt auch viele Elemente von der Apple Watch ist. Also du kannst dich halt irgendwie mit Freunden messen und solche Fitness-Challenges machen und so eine Art eigenes, kleines soziales Netzwerk da eigentlich reingebaut mit Fitness-Zielen. Und dann kam natürlich ihr ganz eigener Fitness-Plus-Dienst obendrauf als eigener Abo-Dienst, der halt ja letztlich auch einfach nochmal, der ist ja auch faszinierend, der kam einfach und der wird ja auch weiterentwickelt in dem Sinne, dass natürlich konstant Inhalte produziert werden, aber, und auch so ein bisschen Funktionen haben sie auch schrittweise so, auch teilweise an die iOS-Updates geknüpft, kamen auch mal so Funktionen hinzu, dass du irgendwie mehrere verschiedene Fitness-Videos praktisch stapeln kannst und dann nacheinander, ich will erst Yoga machen und dann will ich Core-Workout machen und dann weiß nicht, irgendwie Entspannungs- Meditationsübungen machen. Also all das kann man inzwischen auch machen, aber sie haben halt, also es ist immer noch relativ leger insgesamt, wenn du dir anschaust, du kannst also so richtige Trainingspläne zum Beispiel kannst du nicht anlegen und da fehlen auch noch viele Sachen, die man von so ganz klassischen, so diesen Hardcore-Fitness-Programmen irgendwie erwarten würde, die sind eigentlich, also Fitness geht da immer noch relativ relaxed dran, ist aber glaube ich eigentlich eine ganz nette App, wenn man, wenn man eben in dieser Welt sich bewegen möchte und eben da auch seine, seine Fitness-Daten sowieso, sei es halt über die Apple Watch oder über ein anderes, über einen anderen Weg halt reinbekommt und ja, ob man jetzt Fitness-Plus unbedingt abonnieren muss, ist glaube ich eine eigene Frage, unabhängig von dieser App, die schwierig zu beantworten ist. Ich weiß gar nicht mehr, aus dem Kopf gar nicht mehr, wie lang es Fitness-Plus jetzt schon gibt. Es ist ja relativ, es ist ja eigentlich letztlich Apples jüngster Abodienst und faszinierend zu beobachten, dass sie den halt, dass sie halt in diese Sparte reingegangen sind. Aber ich weiß nicht genau, wo sie halt, wo wollen sie da am Schluss mit hin? Läuft der jetzt halt einfach für immer so weiter oder ist der eine große Ambition bei Apple? Das ist mir nicht ganz klar. Also er spielt ja zumindest sichtbar eine Rolle, wenn man jetzt mal den Apple Park besucht in Kalifornien. Dort ist ja dann dieses, ist das ein vorgelagertes, großes Gebäude und das ist so ein Fitnesszentrum und da werden tatsächlich auch diese Videos größtenteils aufgenommen, habe ich mir sagen lassen. Also das scheint so in Apples eigener Wahrnehmung eine sehr zentrale Rolle zu spielen, auch für die Zukunft. Aber ich gebe dir recht, das ist in der Tat die spannende Frage und ich glaube auch, dieser Dienst hatte ja auch mit sich wandelnden Rahmenbedingungen zu tun. Der hatte so sein großes Momentum in der Corona-Lockdown-Phase, als dann die klassischen Fitnessstudios geschlossen waren. Für meinen Eindruck hat Apple das aber nicht schnell genug weiterentwickelt bekommen, weil in dem Moment, wo sie dann auch dann funktionell das weiterentwickelt hatten, war die Lockdown-Phase ja vorbei und die Leute gingen wieder raus und suchten ja gerade einem nicht mehr das Remote-Erlebnis. Shareplay ist ja übrigens auch noch so eine Funktion, die so ein bisschen in diese Richtung geht, wo ich auch gedacht habe, ja, die hat Apple zu Corona-Zeiten entwickelt. So auf Verdacht hin, dass das noch sehr lange dauern kann und dann können die Menschen wenigstens da virtuell gemeinsam Aktivitäten machen. Aber die krebst ja auch so ein bisschen rum, weil sie eigentlich im Moment keiner wirklich braucht, weil der Use-Case in dem Moment, in dem Maße gar nicht mehr da ist, wie er dann zumindest in den Jahren 2020 und 2022 da gewesen ist. Ja, mal schauen. Ich bin gespannt. Ja, Shareplay kam zu einer ungünstigen Zeit, weil sie eigentlich schon zu spät dran waren. Es kam ja letztlich hinterher. Also es wurde letztlich am Anfang, am Anfang der Pandemie wurde es letztlich entwickelt und bis es dann auf den Markt kam, war der schon der erste Hügel genommen und damit ist es an einem sehr ungünstigen Zeitpunkt irgendwie eingeführt worden. Und ich meine, sie haben natürlich mit Shareplay auf der anderen Seite jetzt auch eine Basis und das sieht man, da kommen wir nochmal zu Vision Pro kurz zurück, um natürlich auch andere Sachen zu umzusetzen. Also alles, was jetzt irgendwie Remote-Konferenzen und mehrere Leute halt entfernt irgendwie mit einer App arbeiten zu lassen. Also technisch haben sie da glaube ich nicht, sagen wir mal, es war keine verschwendete Arbeit, aber du hast natürlich recht, dass es irgendwie an vielen Enden gefühlt unter den Tisch gefallen ist, dieses Konzept, dass wir schauen, wir sitzen an verschiedenen Stellen und schauen zusammen Fernsehen. Ich meine, es wird schon Leute geben, die es auch benutzen und froh sind, weil sie halt irgendwie Freunde in einem anderen Land haben oder Familie, die über den Globus verteilt ist und dann freut man sich natürlich vielleicht mal über solche Funktionen, aber ob die jetzt im Alltag so ihr Massenpublikum gefunden haben, wage ich auch zu bezweifeln. Wobei je nachdem, wo dann der andere sitzt, ich habe dann im Selbstversuch das herausgefunden, zum Beispiel jetzt Nachbarland Schweiz, dann hast du schon die rechte Situation, dass sie nicht die gleichen Filme dort verfügbar sind und das war es dann, dann war es das schon mit dem gemeinsamen Filme gucken. Also auch da gibt es gewisse Hürden, aber ich gebe dir recht, also Shareplay an sich, ich will auch gar nicht sagen, dass das nutzlos ist. Ich glaube, dass das auch eine Basis ist, auf der Apple aufbauen kann. Aber in der Größe, in der sie es damals vorgestellt haben, da hatte es eigentlich seinen größten Moment, den es hätte haben können, schon hinter sich und dementsprechend ist es halt eine Funktion, die nach meinem Gefühl so, ich höre kaum Leute darüber reden, über Shareplay. Das ist so, es spielt, glaube ich, im Nutzeralltag keine so große Rolle, wie Apple das ursprünglich mal erdacht hat. Was dagegen eine sehr große Rolle spielt, zumindest ja auch, ich denke mal in diesem Moment, wenn wir jetzt hier gehört werden, wird das sicherlich eine aktivierte Standard-App sein. Das ist die Podcasts-App von Apple, die ja auch zum Standard-Repertoire gehört. Übrigens ja eine App, wo man diesen Design-Change damals besonders krass sehen konnte, als dann das Flat-Design kam und Apple dann von diesen alten Strukturen, diesen alten Design-Strukturen Abstand genommen hat. Das ist erstaunlich. Ja, ich wusste nämlich auch aus dem Kopf nicht mehr, wie lange es eigentlich diese Podcasts-App schon gibt, als vorinstallierte Apple-App. Und sie ist ja tatsächlich schon recht lang eigentlich mit von der Partie. Und da merkt man schon auch, dass Apple durchaus mit Mühe, also auf jeden Fall Geld reinsteckt oder Manpower reinsteckt oder Frauenpower reinsteckt, also Entwickler auf jeden Fall schrauben lässt an dieser App, die natürlich, ja, also ich meine, da sind wir auch, wir rutschen da auch so ein bisschen auf diese gefährliche Schiene, dass es halt zu so einer Content-App wird, wo halt dann plötzlich sehr viele Sachen vorgeschlagen werden und das so eine Empfehlungs-App wird und willst du nicht mal hier reinhören, willst du nicht mal da reinhören. Natürlich hat Apple auch so diese Idee der eigenen, also du kannst ja als Podcasts-Produzent oder Anbieter ja auch Podcasts über Apple Podcasts sozusagen verkaufen oder zum Abo anbieten. Und das sind ja auch so Sachen, die dann so ein bisschen gepusht werden in der App. Also da sind, auf der anderen Seite muss man sagen, ist Podcasts natürlich, es ist ein guter Podcasts-Client. Und es gibt so viele Podcast-Apps und so individuelle Podcast-Apps auch, weil man natürlich jeder da auch mitunter eigener Wünsche und Ansprüche hat. Aber ich glaube so, das Großteil der Leute, die zuhören, sind mit Apple Podcasts eigentlich gut bedient, weil Basisfunktionen ist alles da, was man, glaube ich, so erwartet. Und es ist eigentlich auch eine recht schick umgesetzte App insgesamt, finde ich, oder? Würdest du das nicht unterschreiben? Doch, doch. Also ich finde generell erstmal, dass die Podcast-App sich über die Jahre ja noch sehr gemausert hat. Da kann man sagen, Wettbewerb tut gut. Apple hat sich da durchaus eben auch manches abgeguckt, was Dritt-Apps schon vorher gemacht haben. Aber sie haben es gemacht. Sie haben es dann eben angenommen und zum Beispiel jetzt dann das Maß der Unterstützung von Kapitelmarken, um mal eins zu nennen. Und es gibt dann noch ein paar andere Dinge. Das finde ich recht gut. Ich glaube, das ist auch eine, also für die Podcast-Welt ist es ein Segen, dass es diese App gibt als Standard-App, weil sie einen sehr barrierearmen Zugang bietet zur Podcast-Welt. Wenn wir dagegen mal beim Mitbewerber Google gucken, wie glücklos der mit Google Podcast unterwegs gewesen ist, was ja jetzt auch dann, glaube ich, eingestellt wurde. Ja, dann kann man sehen, gut, Apple hat auch eine andere Historie. Also die Podcast-Historie geht ja bei Apple, der Name Pod lässt es ja ahnen, iPod geht sehr weit zurück, liegt in der DNA. Apple hat ja auch das größte und relevanteste Verzeichnis von Podcasts nach wie vor, auch wenn sie viele Jahre irgendwie das Gefühl vermittelt haben, dass es ihnen eigentlich vollkommen egal ist, dass sie das haben. Dann haben sie es ja wieder entdeckt mit den Plus-Angeboten, die man da machen kann. Also es ist so eine ambivalente Beziehung, die Apple zu Podcasts hat. Aber ich finde, es ist wirklich eine grundsolide App, die man zum Einstieg in die Podcast-Welt wirklich empfehlen kann. Und ich höre auch von vielen, die ihm sagen, dass sie auch als Power-User da durchaus kleben bleiben und nicht unbedingt dann bei den Dritt-Apps landen, die natürlich manchmal noch bessere Funktionen zur Sortierung bieten oder dass man sich bestimmte Playlists dann einfach anlegt für bestimmte Situationen. Da gibt es sicherlich Apps, die das besser können, aber es ist kein Muss. Also man kommt sehr weit schon mit Podcasts. Ist denn Podcasts auch deine Podcasts-App der Wahl? Nein. Nein, tatsächlich nicht. Also ich nutze zuweilen Podcasts, wenn es zum Beispiel darum geht, dass ich für unterwegs auf der Apple Watch auch einen Podcast hören möchte. Weil da finde ich diesen Übergang sehr sauber gelöst. Da tun sich die Dritt-Apps dann doch teilweise schwer. Mittlerweile haben die auch sich verbessert, aber meine App der Wahl, Overcast, die hatte da lange so ein Synchronisationsproblem, dass das nicht so wirklich toll funktionierte. Aber auf dem iPhone ist halt Overcast meine App geworden. Ja, die Apple Watch-Komponente ist, glaube ich, eine entscheidende Geschichte. Also wer Podcasts auch auf seiner Apple Watch in einem synchronisierten Zustand haben will, der wird wahrscheinlich bei Apple Podcasts sowieso landen und bleiben, weil das kann offensichtlich kein anderer Entwickler in irgendeiner Weise so zuverlässig und gut stemmen. Ich meine, da sind wir wieder bei der Frage, ja, wie ist das mit den Schnittstellen und wie offen ist alles und wie können andere dasselbe nutzen, was Apple nutzen kann. Aber ich glaube, da muss man einfach, so ist es mit Apple Podcasts, da ist man, glaube ich, insgesamt gut bedient. Und sie ist halt greifbar und dafür ist sie eine gute App. Also ich glaube, man braucht schon sehr spezifische Feature-Wünsche, um irgendwie dann die Podcasts zu einer ganz anderen Podcast-App zu greifen. Jetzt sprechen wir über eine App, die man braucht, um weitere Apps zu laden. Es geht um den App Store, der uns ja auch in verschiedener Hinsicht in vorhergehenden Folgen dieses Podcasts ja schon beschäftigt hat. Es ging da um den DMA, es ging um die Öffnung, es ging um alternative Marktplätze. Aber lass uns mal den Blick richten auf so die Komponenten, die vielleicht jetzt nicht so im Fokus des DMA gestanden haben, da hat der App Store ja auch durchaus einiges zu bieten. Er ist halt auch ein so zentrales Element des iPhones, dass, ja, also natürlich jetzt nicht seit 2007, aber er kam ja irgendwie ein Jährchen später hinterher und seitdem war er nun einfach über so lange Zeit halt der zentrale Punkt, um Apps zu beziehen und natürlich Updates und alles, was da dran geknüpft ist. Und auch da ist es natürlich so, dass man, glaube ich, gut sieht oder zumindest, ich sehe auch schon diese, man sieht diese unschöneren Seiten davon, dass halt da irgendwie solche Content-Vorschläge reinwandern und diese Startseite von dem App Store zum Beispiel, wo du halt auch, ich meine, da sind oft irgendwelche Spiele mit den üblichen In-App-Kaufhüllen, ja, also das, die sind da auch Front and Center, also wirklich im Vordergrund präsentiert und natürlich ist inzwischen, ist ja in sehr, an mehreren Plätzen auch Werbung, also diese Such-Apples-Apples-Werbedienst praktisch integriert, mit dem ja Entwickler nur für ihre Apps werben können, also da tauchen ja keine anderen Werbungen für Zahnpasta oder sowas auf, sondern halt nur Werbung für Apps, aber auch die ist inzwischen natürlich in sehr, in mindestens drei von diesen Haupt, also erstmal der Hauptansicht natürlich in der Suchansicht und auch unter den Apps, teilweise taucht ja noch Werbebanner auf. Die Suche ist halt immer noch irgendwo zwischen schlecht und Desaster, also die Suchfunktion ist seit so vielen Jahren und da hat ja Apple auch schon, die haben ja Firmen zugekauft mit eigentlich Such-Know-how und alles möglich über die Jahre gemacht und es ist immer noch so, wenn eine App neu erscheint, du kannst diese App nicht über die Suche finden. Es ist wirklich unmöglich, die zu finden über die Suche und teilweise natürlich immer noch auch so Klassiker, dass halt natürlich erstmal irgendwie dann der eigentliche Kandidat irgendwie fünf Einträge weiter unten auftaucht und als erstes taucht natürlich immer eine Werbeanzeige auf, sodass letztlich die Entwickler dazu gezwungen sind, für ihre eigene App zu werben zu müssen, anstatt dass die Suche diese als erste präsentiert. Also so ein hässliches Ding, was wir ja auch von Google kennen und was da viele Firmen auch beklagen, weil die halt immer für sich selbst Werbeanzeigen schalten müssen, um halt ganz oben aufzutauchen. Es ist ein relativ absurdes System eigentlich und das hat der App Store eins zu eins kopiert und es hat ihn nicht schöner gemacht, würde ich sagen. Und Arcade ist natürlich prominent integriert, kann man Apple jetzt auch nicht wirklich zum Vorwurf machen, weil wo hätte irgendwie Apple Arcade als Spielerdienst sonst unterkommen sollen und klar, also dafür, das ist okay, glaube ich, dass sie da einen Reiter im App Store dafür reserviert haben, würde ich jetzt Apple nicht irgendwie zum Vorwurf machen. Aber ich insgesamt habe ich, also ich bin jemand, der den App Store sehr viel natürlich auf der einen Seite nutzt, aber es ist keine App, wo ich sagen würde, die öffne ich jetzt gern und freiwillig und schau mal, was jetzt da irgendwie Neues ist oder sowas, sondern es ist immer so ein gezieltes, eigentlich natürlich meistens über Links oder über eine externe Quelle. Ich lese aus deiner Reaktion heraus, dass es dir relativ ähnlich geht. Ja, ich finde, Apple hat halt gerade im redaktionellen Kontext, haben sie sich sehr verändert jetzt in den letzten Jahren. Sie sind ja sehr ambitioniert da mal reingegangen, als sie diesen redaktionellen Bereich aufgebohrt haben mit diesem Today-Tab. Und sie hatten ja wirklich sehr interessante Hintergrundgeschichten zu Apps da drin. Haben sie manchmal immer noch, aber sie sind nach meinem Gefühl deutlich weniger geworden. Ich vergleiche die redaktionelle Entwicklung ein Stück weit mit der, wie Games kuratiert wurden für Apple Arcade. Apple Arcade war ja am Anfang ein Dienst, bei dem ich nicht wusste, ist das jetzt ein Arcade-Spiele-Dienst oder ist das irgendwie ein Mizenatentum für besonders gediegene und anspruchsvolle Spiele, die sonst keiner kaufen und spielen würde. Da war ja wirklich Zeug drin, was wirklich so hochgestochen war, dass ich das nicht mal verstanden habe, wenn ich mir das runtergeladen habe. Geschweige denn, entsprach das meiner Vorstellung von Arcade-Games. In positiver Weise muss man sagen, Apple hat ja das gemerkt und hat ja mittlerweile eben dort ein Spieleangebot drin, was meiner Vorstellung von Arcade mehr entspricht. Einerseits vom Genre, andererseits aber auch, dass sie so ältere Bestseller dann jetzt einfach mal dann für Arcade einkaufen und dort dann eben im Zuge dieses Abos dann eben bereitstellen. Und genau diese Wandlung habe ich aber auch beim redaktionellen Angebot des App-Stores gesehen. Und da wiederum muss ich sagen, hat es mir nicht so gut gefallen. Da ist es jetzt so, sage ich mal, der unbedarfte Nutzer, der jetzt noch so diesen Standard-App-Koffer sucht. Was brauche ich denn für Bildbearbeitung? Was sind denn so die populärsten Apps? Da wirst du leicht fündig, weil Apple da ganz viel macht mit, die zehn beliebtesten Apps zu XY. Der Nutzer, der so wie ich schon 300 Apps aus dem App-Store geladen hat, der findet dort mittlerweile nur noch sehr selten eine Inspiration. Also ich muss wirklich sagen, dass ich so über Nachrichtenartikel, wo dann mal manchmal so kuriose Apps vorgestellt werde, viel häufiger im App-Store so Kleinode entdecke, als mittlerweile über Apples redaktionelle Auswahl. Was ich Apple aber nicht ankreide, weil ich das Gefühl habe, dass das genau das ist, was die Mehrheit sich von Apple wünscht. Die Mehrheit wünscht sich anscheinend von Apple eben diese Populär-Apps, die auch zum Beispiel jetzt in Instagram und Co. beworben werden. Das sind ja die gleichen App-Games, wo man irgendwelche Gems dann nachkaufen muss, um da weiterzukommen. Und genauso eben auch diese Standard-Apps, dass man eben zum zehntausendsten Mal irgendwelche Foto-Bearbeitungs-Apps, damit man in Social besser aussieht, dann eben vorfindet. Und eben nicht jetzt den kuriosen Indie-Developer aus Dresden einfach mal vorstellt, der jetzt ein ganz lustiges Game entwickelt hat. Das ist faszinierend, weil sie das ja tatsächlich über die Jahre, also früher ja gefühlt doch auch relativ oft gemacht haben. Da war so dieser Anteil, dass die Indie-Schiene, die Indie-Entwickler relativ stark auch gefördert und hochgehalten wurden. Und das wirkt für mich auch so ein bisschen, als sei das etwas unter den Tisch gefallen in den letzten Jahren. Kann man natürlich auf der anderen Seite, glaube ich, auch gut sagen. Ja gut, die Nachfrage ist dann halt an einem gewissen Punkt auch begrenzt. Und das ist genauso wie der Anspruch, mit dem Apple Arcade gestartet ist. Wir schaffen irgendwie einen Spiele-Dienst, wo tolle Geschichten erzählt werden und irgendwelche hochwertigen, super künstlerischen Spiele produziert werden. Ist ein toller Ansatz, ist aber unter dem Strich wahrscheinlich völlig gescheitert, weil halt auch einfach vielleicht die Nachfrage nicht da war, vielleicht auch das Interesse auf Apples Seite oder der Atem nicht lang genug dafür war, da Geld reinzustecken. Und dann kam halt, okay, lass uns die alten Spiele von 2010 wieder zurückbringen. Okay. Aber ich glaube, da zeigt sie oder dokumentiert sie etwas, was wir ja generell mit Blick auf den App Store beobachtet haben, dass das eigene Rollenverständnis von Apple sich ja auch gewandelt hat. Also der App Store, klar, da war immer schon eben eine Goldgrube, einträglicher Umsatzbringer für Apple. Aber ja anfangs ja mit einem ganz anderen Anspruch. Apple hatte ja wirklich da, glaube ich, schon eben auch gerade Förderung der Indie-Developer und dieser berühmte Scheck, der eben auf jeder WWDC gezeigt wurde, dass wieder eine Milliarde US-Dollar an die Entwickler überwiesen wurde. Das war Apple ja damals sehr wichtig. Und jetzt sind sie mehr eben zum richtigen Händler geworden. Und der Händler hat natürlich andere Prioritäten. Wenn die Leute nur Süßigkeiten kaufen wollen, dann stelle ich ja nicht Gemüse vorne in die Auslage. Und das ist das gesunde Gemüse. Und das ist, glaube ich, so der Ansatz. Es wäre vielleicht ganz gut, wenn mehr Gemüse vorne in diese Krabbeltheken an der Kasse mehr Gemüse gestellt würde. Maßriegel raus, Gemüse rein. Sehr gut. Anspruch und Wirklichkeit. Aber dafür gibt es ja jetzt die alternativen Marktplätze, dass die jetzt dann Gemüseläden werden. Ja, da kommen wir gleich dieselben Süßigkeiten, sehen wir dann bald auch. Ja, aber wenn man sich Gemüse kaufen möchte, dann ist es vielleicht ganz praktisch, wenn man seine Kreditkarte zückt. Und die kann man ja im Wallet hinterlegen. Und das ist unsere nächste App, die wir besprechen möchten. Ja, das Wallet begegnet uns ja auch im Zuge dieser ganzen DMA-Maßnahmen, das ja auch geöffnet werden muss von Apple, wenn man die Seitentaste tippt. Und wir harren ja da Dinge, wann der erste um die Ecke kommt, der uns ein alternatives Wallet präsentiert. Wie empfindest du denn das Apple Wallet? Ist das so, ja, ist es schwer oder leicht dagegen, Konkurrenz aufzubauen? Es ist auf jeden Fall faszinierend, dass die auf der einen Seite relativ lang ja gebraucht haben. Also das Wallet als App gab es ja schon lang vor Apple Pay, auch bevor Apple Pay in den USA kam. Und ich meine, Deutschland hat Apple Pay ja noch viel länger gebraucht. Aber das Wallet ist ja, ich weiß jetzt auch nicht mehr, mit welcher iOS-Version das aufgetaucht ist. Aber das war ja ursprünglich so dieses Sammelstückchen, um halt so QR-Code-Tickets, also Tickets für irgendwie das Kino oder Tickets für die Fluglinie und solche Geschichten halt zu speichern und halt eben im Sinne deines, der Eintrittskarte, die du sonst halt ins Port irgendwie ausdrucken müsstest und ins Portmoney stecken müsstest, einfach in diesem Wallet zu speichern. Und ja, und der eigentliche große Erfolg des Wallets kam natürlich erst mit Apple Pay und dieser Idee, ja gut, du speicherst natürlich in deinem Wallet auch deine Geldkarten oder halt vor allem natürlich Kreditkarte erstmal oder andere, so wie inzwischen natürlich auch irgendwie Debitkarte oder Girokarte, wenn du bei der Sparkasse bist. Also Apple Pay hat natürlich das Wallet, glaube ich, erst zu einem richtigen, zu einer bekannten App auf dem iPhone gemacht. Viele werden wahrscheinlich auch irgendwie geistig gar nicht mit Wallet sich befassen, sondern Apple Pay ist, das ist eigentlich Apple Pay. Ja, du speicherst da deine Kreditkarte und die rufst du auf. Wenn du an der Kasse bezahlst, dann rufst du halt Apple Pay natürlich auf. Und ob das jetzt im Wallet gespeichert ist oder nicht, ist dann unterm Strich natürlich egal. Apple Pay und mit der Kombination aus dem Wallet ist natürlich, eigentlich ist das ein toller Dienst. Und Apple hat da, glaube ich, schon viel Vorarbeit, extrem viel Vorarbeit geleistet, was das angeht. Und auch halt natürlich auch, sie kamen ja zumindest auf dem europäischen Markt in die sehr glückliche Situation, dass Händler sowieso schon weit breitflächig angefangen haben, halt NFC-fähige Kassensysteme in ihre Läden zu bringen. Und in den USA war es da. Offensichtlich hat das alles noch ein bisschen länger gedauert. Aber inzwischen ist es ja wirklich so, dass du halt eben mit Apple Pay oder mit einem NFC-Bezahldienst natürlich gefühlt in einem großen Teil an Geschäften, zumindest jetzt großen Geschäften und Supermarktketten und Tankstellen und all dem Zeug halt, was irgendwie sowieso an vielen Orten zu finden ist, natürlich problemlos damit bezahlen kannst. Und jetzt eben ist das große Fragezeichen, wie sehen andere Wallets aus, die wir vielleicht früher oder später in den nächsten Wochen, in den nächsten Monaten eines Tages vielleicht sehen werden. Es ist ja, also da steht noch so ein bisschen, die EU muss wohl noch Apples Vorschläge, die sie da zur Öffnung unterbreitet haben, in irgendeiner Form abnicken. Und da muss man sich vermutlich noch mal irgendwie so zurechtrücken und die beiden Seiten auf eine Linie bringen oder wahrscheinlich Apple auf irgendwie EU-Linie gebracht werden. Und dann werden wir sehen, wer da als erstes, welche Konkurrenten da kommen. Aber also mich würde sehr wundern, wenn wir nicht in absehbarer Zeit zum Beispiel PayPal in irgendeiner Form als Wallet-Anbieter auch sehen werden, weil ich glaube, also solche Dienste sind durchaus bereit und sehr neugierig daran, diese Position auf dem iPhone auch einzunehmen. Ob man das dann will, unterm Strich, ist, glaube ich, noch mal eine andere Frage. Ja, ich glaube, die alternativen Wallet-Anbieter, die Chance für sie läge darin, sage ich mal, jenseits der Zahlmethoden, wenn sie jetzt auch weitere Dokumente unterstützen, dass man bessere Sortierfunktionen hat. Denn da, finde ich, ist die derzeitige Wallet-App, wenn sie wirklich langsam mit Leben erfüllt wird, wird sie schnell unübersichtlich. Weil du hast diese Karten so dann geschichtet und dann sind sie so, sage ich mal, auf Anbieterbasis war noch so in einer waagerechten Anordnung, dass du sie so durchscrollen kannst. Aber man kann schön sehen, diese App hatte am Anfang ein Problem nicht, dass sie überfüllt war. Und das ist nicht Apple schuld, sondern das ist eigentlich die Schuld, dass in unserer Gesellschaft die Digitalisierung von Dokumenten und Eintrittskarten und so weiter recht schleppend vorangegangen ist, beziehungsweise auch nicht alle für Apple Wallet dann eine entsprechende Fassung angeboten haben. Das hat sich ja mittlerweile glücklicherweise geändert. Es gibt immer mehr Sachen. Bordkarten für Flugzeuge zum Beispiel kann man dort hinterlegen oder werden dort hinterlegt, wobei die meistens dann erfreulicherweise von selber auftauchen, wenn man dann eben den Flugtag hat. Dann muss man gar nicht unbedingt in die Wallet-App reingehen. Aber Kinokarten zum Beispiel habe ich auch schon dort hinterlegt und, und, und. Und bei mir ist es mittlerweile schon eine rechtstaatliche Anzahl von alten Karten sich da angehäuft, die ich dann manchmal auch gar nicht so unbedingt löschen möchte, so als Aus-Einnerungszwecken. Naja, und ich denke, meine Sortierfunktion wäre ein Punkt, aber die anderen Anbieter haben natürlich dann das Problem, sind sie kompatibel zu den Karten, die ich in das Apple Wallet laden kann? Oder muss dann wiederum, gibt es so eine Art Interchange-Format? Also es sind so offene Fragen für mich, inwieweit die tatsächlich in dieser Kernkompetenz, mit der die Wallet-App mal eingeführt wurde, konkurrieren können? Oder ob sie am Ende einfach nur den Doppelklick jetzt dann neu belegen und dann ist halt PayPal da statt der Mastercard über Apple Pay. Also das ist, und ich befürchte, es wird darauf hinaus laufen. Das wird für einige auch ganz nützlich sein. Ich könnte mir auch vorstellen, ich glaube, die Volksbanken liebäugeln doch auch damit, dass sie ihre Bankkarten dann darüber zugänglich machen. Ja, meinetwegen, aber für die eigentliche Wallet-App, glaube ich, ist es keine gute Nachricht zu erwarten. Es wäre halt schön, wenn wir irgendeine Form von Innovation sehen würden, wie auch immer die halt aussieht. Also dass sich irgendwelche anderen Anbieter wirklich was Neues ausdenken, was halt dann auch für den Nutzer irgendwie spannend oder sinnvoll ist. Aber ich befürchte auch, dass es in erster Linie darauf natürlich hinausläuft oder vielleicht, dass wir so typische Anbieter, dass du halt irgendwelche Cashback-Programme hast oder das halt ja damit, ja, zahl halt mit unserem Nutz unser Wallet und dann kriegst du halt irgendwie zwei Prozent für jeden Einkauf, kriegst du auf irgendeinem Konto gutgeschrieben. Das ist ja eine Schiene, die Apple auch in den USA halt schon mit seiner eigenen Kreditkarte fährt. Und das sind ja auch, das sind ja auch solche Funktionen, die in Deutschland jetzt komplett fehlen, dass du halt letztlich eine Auswertung bekommst. Nicht einfach nur siehst, da habe ich mit meiner Kreditkarte gezahlt, was du ja jetzt im Wallet auch einsehen kannst, sondern da sind ja praktisch Kategorien, wie viel Geld hast du für im Restaurant ausgegeben, wie viel Geld hast du im Supermarkt ausgegeben, sodass du halt einen Überblick über deine, über deine, ein bisschen Überblick, zumal einen automatisierten, über KI, hallo, bitte automatisiere unsere, ja, die Auswertung unserer Finanzdaten. Also diese Geschichten werden da, sind natürlich im Kontext vom Wallet natürlich auch interessant, dass du da so einen Überblick bietest, wo hast du dein Geld eigentlich jetzt gelassen im letzten Monat und das, das fehlt auf jeden Fall noch und weiß nicht, ob da ein anderer Anbieter, ich weiß nicht, ob ich jetzt unbedingt da so gerne PayPal als Alternative sehe, ist dann gehupft wie gesprungen und in PayPal klemmt ja auch einfach nur dieselbe Kreditkarte am Ende, die jetzt vielleicht in Apple Pay klemmt, also das ist dann, ist vielleicht dann auch egal unterm Strich, aber ich bin trotzdem neugierig, weil wir halt das bis jetzt eben nicht gesehen haben, wie mögliche Konkurrenz für das Apple Wallet halt aussehen kann, weil es einfach keine Konkurrenz dafür geben konnte und deshalb zumindest interessant, was da vielleicht hinterherkommt. Ja, vielleicht hast du aber auch ja PayPal mit ganz vielen Guthabenkarten befüllt und man muss sogar keine Kreditkarte hinterlegen. So viel Gute, dass du dich selbst mit den Guthabenkarten im Kreis bezahlst, das wäre natürlich auch ganz praktisch. Ja, ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass wenn das verfängt, dass eben solche Use Cases dann vielleicht abgedeckt werden, weil Apple Pay ist ja sehr Kreditkarten fokussiert, die Girocard, der Sparkasse ist ja wirklich eine, ich möchte fast sagen, internationale Ausnahme, die Apple da macht und das könnte vielleicht für die alternativen Wallet-Apps, ich denke jetzt so an Minderjährige zum Beispiel, die noch keine Kreditkarte haben oder haben sollen, dass die vielleicht dann da, dass da die Anbieter dann ihr Wohl suchen und da gegen Apple konkurrieren. Naja, ich glaube trotzdem, die Hürde ist hoch, mal schauen, in welchem Maße das dann tatsächlich verfängt. Ich glaube, die nächste App ist das Darling oder der Darling von vielen Journalisten, wenn es darum geht, dass man sich das Diktiergerät spart, um dann eben mal was aufzuzeichnen unterwegs. Ich weiß nicht, wie viele oder in welchem Umfang andere Nutzer davon Gebrauch machen, die Sprach-Memos-App, die auch schon sehr lang, sehr alt ist, 2005 eingeführt als Teil von Mac OS X Tiger. Ja, Leo, Hand aus Herz, wie oft nimmst du Sprach-Memos auf? Ja, ich bin nicht so der versierteste Sprach-Memos-Nutzer, muss ich sagen, also sehr selten. Ich weiß, dass ich da teilweise, als die Kinder noch klein waren, mal so Sprachfortschritte der Kinder aufgezeichnet habe. Das ist eher so eine persönliche Erinnerungs-App für mich geworden, aber dass ich sie selbst, ich weiß zum Beispiel, dass Ärzte, die mitunter ganz gern nutzen, die sind ja sowieso, Ärzte sind ja so tendenziell, sprechen gerne in Diktiergeräte und scheinen auch gerne in Sprach-Memos, scheinen auch gerne, ich nehme das Klischee, scheinen auch gerne, ist aber wahr, scheinen auch gerne in Sprach-Memos-Apps sprechen zu wollen und da ist natürlich, die App schreit natürlich jetzt danach, mit iOS 18 einen Schritt nach vorne zu machen und diese, ich meine, die Sprach-Memos, die waren ja nicht wirklich verloren, aber du hast, die waren ja einfach nach dem Datum sortiert und die waren natürlich teilweise noch mit dem Aufnahmeort verknüpft, sodass du natürlich schon suchen konntest, aber die Idee natürlich in deinen Sprach-Memos wirklich nach einem bestimmten Begriff oder einem Thema oder einem Gedanken oder was auch immer halt in diesen Aufzeichnungen drin ist zu suchen, das wird diese App natürlich einen riesigen Sprung nach vorne bringen. Und auch viel massenkompatibler auch machen, denke ich. Plötzlich ist sie ja wirklich für sehr viele Anwendungsfälle dann nützlich. Bei mir wäre es ja ein Game-Changer, muss ich sagen, aber das ist vielleicht ein sehr persönliches Problem, wenn man sie in Spotlight auch finden würde, wenn man Sound oder Audio eingibt, denn ich fall da jedes Mal drauf rein. Ich kann mir diesen Namen Sprach-Memos einfach nicht merken und intuitiv, aber das liegt vielleicht auch daran, dass ich so über diese Computerschiene sozialisiert wurde, suche ich immer nach Sound oder Audio, um diese App zu finden. Ich komme nicht auf Sprach und ich komme nicht auf Memos. Ich weiß nicht, wie vielen anderen das auch noch so geht. Also der Name, der treibt mich zur Weißglut. Ansonsten funktionell finde ich die App sehr nützlich. Man kann sie ja tatsächlich auch ja zum Beispiel, sagen wir mal, im Kontext heute von Videoerstellung ja auch nutzen, so als eine Art Mikrofon-App, dass man einfach dann den Ton darüber aufnimmt und das dann hinterher zusammenfügt mit einer Videoaufnahme, die man da gemacht hat. Also ja, ist eigentlich dem Weißküttel, der in einem Diktilgerät spricht, entwachsen, möchte ich sagen, diese App, was die Nutzbarkeit angeht. Ja, die nächste App ist, glaube ich, eine Traum-App aus Sicht des iPad-Nutzers. Sie existiert schon seit dem ersten iPhone auf dem iPhone. Ja, auf dem ersten iPhone auf dem iPhone. Die Rede ist von der Rechner-App. Darf natürlich nicht fehlen. Also, was wäre ein Telefon ohne Taschenrechner? Was wäre ein Gerät ohne Taschenrechner, wo man natürlich das iPad, das große Fragezeichen, warum das iPad keinen Taschenrechner braucht. Ich meine, es ist ja natürlich nicht so, als gäbe es nicht genug andere Taschenrechner-Apps, auch für iOS und iPadOS natürlich auch und auch sehr viel versiertere Taschenrechner-Apps, aber natürlich, und inzwischen kannst du natürlich auch sagen, also auch Spotlight kann ja Grundrechenarten meistens richtig ausrechnen, oder man kann die auch Google, selbst Siri ist, glaube ich, halbwegs in der Lage, irgendwie zwei und zwei zusammen zu zählen, aber es ist natürlich was, was trotzdem eine Grund, vielleicht doch noch ein bisschen zu den Grundfunktionalitäten gehört, und so auch immer noch, Leute übersehen ja auch immer noch, dass wenn du zum Beispiel den iPhone-Taschenrechner halt ins Querformat drehst, dass du dann plötzlich eine erweiterte Form davon bekommst, so manchmal taucht es jetzt, ich sehe das manchmal noch, so 2024, so diese 27 iPhone-Geheimnisse haben sie noch nie gesehen, und so drehen sie den Taschenrechner zur Seite, ja, und du kannst irgendwie rückwärts, ja, geheim, super Tipps, und du kannst irgendwie rückwärts löschen, und da gibt es so ein paar lustige Sachen, die halt in diesem, in diesem Taschenrechner, in dieser Rechner-App versteckt sind, aber sie, ja, sie ist halt einfach da, und ich weiß nicht, ob da, also null oder ein Person bei Apple dran arbeitet, also ich glaube nicht, dass hier irgendwie Teams damit, ganze Teams damit befasst sind, aber es wäre ja ganz schön, wenn die schon auch mal aufs iPad kämen, und so ein bisschen Weiterentwicklung wäre, glaube ich, auch nicht verkehrt. Vielleicht ist tatsächlich der Anspruch von Apple, dass sie aber in entsprechenden Maße Knöpfe finden müssen, damit dann die, die gesamte Bildschirmansicht ausgefüllt wird, und das ist natürlich bei einem 13 Zoll iPad dann wahrscheinlich doch recht anspruchsvoll, dann so viele Knöpfe zu finden. Ich, ich kann dir ehrlich nicht sagen, über was Apple davon abgehalten hat, weil ich meine, die Taschenrechner-App, so profan sie ja jetzt erscheinen mag, aber das, das verfolgt ja eigentlich den Grundgedanken des Smartphones, wie auch jetzt zum Beispiel Sprachmemos, was das Diktiergerät dann ablöst, dass du eben Geräte, die du vorher einzeln hattest, das alles musstest du mit dir rumschleppen, jetzt in deinem Smartphone drin haben kannst. Und vor dem Hintergrund hätte ich das jetzt auch eigentlich im iPad erwartet. Und sei es, dass man jetzt vielleicht nur so eine Art, ja, Pop-up-Variante da gemacht hätte, dass man aus dem Kontrollzentrum heraus vielleicht dann irgendwie so ein Pop-up mit dem Rechner machen kann, was dann so dieses Format des iPhones hat, muss ja jetzt gar nicht ja Bildschirm füllend jetzt dann alles dann eben belegen. Keine Ahnung, woran es gescheitert ist. Also es wäre mal spannend, wenn Apple aus dem Nähkästchen plaudern würde, ob das mal Thema war bei Ihnen, wann das Thema war bei Ihnen und warum Sie sich dann letzten Endes dann dagegen entschieden haben. Ja, und mal gucken, ob vielleicht das sich jetzt in iOS 18, iPadOS 18 ändert. iPadOS 18, ja. Ja, vielleicht ändert es sich. Genau. Wo sich hoffentlich noch deutlich mehr ändert und nicht nur dieser fehlende Taschenrechner nachgereicht wird, ist die Dateien-App, die, man sollte meinen, eigentlich ein so zentrales und wichtiges Element ist. Sie war natürlich auch ein Eingeständnis von Apple nach vielen, vielen Jahren, dass halt Leute auch auf dem iPhone und auf dem iPad einfach mit Dateien arbeiten. Und das ist was, was sich Apple nicht so richtig gerne, glaube ich, eingestanden hat. Ich bin froh, dass sie es überhaupt getan haben, weil sie es ja echt lange einfach gar nicht gab. Und an die Dateien-Apps ist ja praktisch auch geknüpft, dass du überhaupt dann mal die Möglichkeit bekommen hast, ein externes Speichermedium ans iPad zum Beispiel anzuschließen, weil wo taucht dieses externe Speichermedium? Vorher gab es ja keinen Platz wirklich dafür. Also es gab ja keine, in Anführungszeichen, gab es ja keine Dateien auf iOS und iPadOS oder sie waren zumindest so versteckt, dass der Nutzer bloß nicht auf die Idee käme, dass irgendwo Dateien im Untergrund schlummern. Und dann kam sie halt endlich, diese Dateien-App und ich meine, sie deckt so die super banalsten Basisfunktionen schon ab. Du kannst halt Ordner erstellen, du kannst Sachen umbenennen, du kannst sie ein bisschen verschieben. Auf dem iPhone ist ja auch so ein Klassiker natürlich, dass du mit Track-and-Drop Sachen verlagern kannst und auch von außen irgendwie reinziehen kannst, was ja auf dem iPhone immer, also abgesehen davon, dass du natürlich Handgymnastik machen musst, um Dateien aus anderen Apps in die Dateien-App reinzuziehen. Aber es ist halt, da fehlen so grundsätzliche Sachen, also was, den Fortschrittsbalken, die irgendwie zuverlässig und sinnvoll Fortschritt anzeigen oder wenn man versucht, wirklich größere Dateien in dieser, mit dieser Dateien-App zu kopieren, also das ist jedes Mal ein Glücksspiel, ob das wirklich funktioniert oder einfach abbricht. Also das ist sehr, sehr traurig eigentlich zu beobachten, dass diese Dateien-App einfach dann mehr oder weniger steht. Also ich meine, sie haben schon Funktionen nachgeliefert, sodass du irgendwie Dokumente jetzt gleich scannen kannst und einscannen kannst in der Dateien-App. Es ist alles nett und praktisch und dass sie natürlich, die hat ja dieses Gerüst, dass auch andere, also Dropbox oder halt irgendein Cloud-Storage-Provider, die können sich da reinhängen und du hast auch ein bisschen natürlich lokalen Speicherplatz und du hast halt iCloud als Apples Cloud-Storage, was du da reinhängst. Aber auch da, es sind immer noch super viele Fehler. Dropbox hat ja lange irgendwie iPhone-Akkus leer gesaugt, weil Leute halt da Dropbox halt reingehängt haben in die Dateien-App und da war halt irgendein Bug und hat halt einfach am Akku gezogen oder halt einfach Strom gekostet. Also das sind alles, es ist schade, dass da so wenig mit wirklich Motivation und Liebe rangegangen wurde von Apples Seite, weil die Dateien-App könnte es halt vertragen, da deutlich einen Schritt nach vorne zu machen. Ich denke amüsiert zurück an die Zeiten, als Apple noch über iTunes dann die Möglichkeit geboten hat, dass du dann da so Dateien rüberpacken konntest in die Sandbox der jeweiligen App. Das war so ein bisschen so eine Art Lieferanteneingang, den sie da eben da gemacht haben, aber genau mit diesem Image, dem Stereotyp, was man sich dann so vorstellt. Vorne ist dann die Gala Monster-Tür beleuchtet, tolles Entree und hinten ist dann so eine Bretterbude da, wo man dann die Dateien reinreicht. Das hat man ja Gott sei Dank mit der Dateien-App ja durchbrochen, dass man ja wirklich dann so eine Art auch Übersicht hat, auch in diesen App-Unterordnern dann da reingehen kann. Aber ich gebe dir recht, die Dateien-App ist ja nach meinem Gefühl das Zugeständnis Apples gewesen, gerade mit Blick auf das iPad, das professionelleres Arbeiten eigentlich erfordert, dass man auch eine Art Dateisystemzugriff bekommt. Aber Apple wollte halt nicht weg so von dem Niveau eines Kindercomputers, wo eigentlich nichts schiefgehen kann. Und auf diesem Level ist ja die Dateien-App auch geblieben. ein Stück weit analog ja auch zu dem Multitasking auf dem iPad, was sich auch weiterentwickelt hat, was auch weitergekommen ist, als wir es ursprünglich mal vorgefunden haben, aber ja auch nicht eben in einem Maße die Freiheiten bietet, wie wir das auf dem Mac eben haben. Und ich kann dir da aber auch jetzt nicht den Königsweg aufzeigen, wie sie das hinbekommen und gleichzeitig eben dieses diesen wertvollen Punkt der Einfachheit eben dann, dass der völlig auf der Strecke bleibt, den ja auch Nutzer wertschätzen. Also ich denke mal, sie bewegen sich irgendwo in diesem Spannungsfeld und zuletzt sah diese Bewegung so aus, dass sie einfach nur gerade ausgegangen sind und gar nichts mehr in eine Richtung gemacht haben. Ja, mal schauen, ob sie da jetzt in der nächsten Version schon wieder etwas mal weiterentwickeln in irgendeine Richtung. Ich glaube, es wäre schon viel gewonnen, wenn eben dieser Zuverlässigkeitsfaktor, wenn das stimmen würde. Man muss es gar nicht komplexer machen unbedingt oder jetzt super viele Funktionen da dran schrauben, aber dass du das Datei, Dateioperationen, Dateien kopieren und verschieben, dass das halt zu 100 und auch große Dateien zu verschieben, dass das halt 100% zuverlässig funktioniert, das ist, glaube ich, schon ein Anspruch, der erfüllt werden sollte und das ist dafür, ich auch hier, wann kam die Dateien-App, also ein paar Jahre gibt es die inzwischen ja auch schon und gefühlt ist die wirklich in so kleinen, in so Tröpfchenartig weiterentwickelt worden mit kleinen Punkten, das ist schon zu wenig eigentlich für diese, für die Wichtigkeit von so einer Datei. Ich meine, sie, also ich meine, Apple hat, Apple hat halt ihre Wichtigkeit, hat ihr nie diese Wichtigkeit eingeräumt, die sie halt unterm Strich doch besitzt. Es ist einfach so, dass wir auch jetzt halt 2024 immer noch nicht dran vorbeikommen, dass es einen ganzen Berg an Workflows halt gibt, wo du zwangsläufig mit Dateien hantieren musst, ob Apple das will oder nicht. Es ist einfach so geblieben, die sind nicht verschwunden, die Dateien. Ja, Apple müht sich ja weiterhin eben, es einem schmackhaft zu machen, dass man die Daten einfach so durch die Luft rüberschiebt und sich eben nicht mit solchen Feinheiten wie Dateien dann eben beschäftigt. In der Hoffnung vielleicht, dass irgendwann die Dateien-App vergessen ist und alle nur noch den anderen Workflow gebrauchen. Aber ja, ich gebe dir recht, das ist wahrscheinlich ein frommer Wunsch. Ja, wenn wir über Komplexität sprechen, wenn wir darüber sprechen, dass etwas, dass Apple auch was Komplexes wagt, dann richtet sich der Blick auf die Kurzbefehle-App, die ja tatsächlich, so gemessen an den anderen Standard-Apps, ja einen unglaublichen Werkzeugkoffer ja bietet, aber der auch dazu neigt, dass er durchaus mal ins Detail geht und dass man dem Nutzer was abverlangt. Die Lernkurve ist schon ziemlich hoch. Also die Kurzbefehle-App ist ja, also sie ist für iOS und iPadOS-Verhältnisse ja unglaublich mächtig, weil sie sehr viele Sachen machen kann, die andere Einzel-Apps ja gar nicht machen können. Letztlich Automationen sind ja natürlich völlig undenkbar außerhalb der Kurzbefehle-App und da ist es auch sehr löblich, weil ich glaube Automationen, da kann man auch mit Grundeinstellungen ziemlich weit kommen. Die sind gar nicht, die sind auch nicht so angsteinflößend. Du sagst einfach, wenn das passiert, soll das passieren. Ja, wenn der Akku unter 50 Prozent geht, dann schalte den Stromsparmodus ein. Das ist glaube ich, das ist so, das kriegt man auch mit so ganz Basissachen hin. Da muss man sich natürlich auch an den Elementen entlanghangeln, die halt Apple nun mal freigegeben hat, die man halt steuern kann damit, aber ich denke, da kriegt man schon viel, kann man auch als Nutzer, der jetzt irgendwie nicht daran interessiert ist, eigene Kurzbefehle zum Beispiel zu schreiben, da sind wir ja in einem ganz anderen, in einer ganz anderen Kiste gelandet, aber diese Automation, die kann ich eigentlich nur fast jedem empfehlen, zumindest mal den Reiter aufzurufen und reinzuschauen und zumindest sich mal sich das anzuschauen. Und wir haben jetzt auch in der Mac and i324 haben wir auch nochmal einen Artikel über Kurzbefehle, die jetzt gerade am, diese, ja wird jetzt sehr gut die Podcast-Folge, da muss ich erst mal überlegen, aber Ende Mai ist das Heft auf jeden Fall im Handel, je nachdem man in die Podcast-Folge rauskommt, wird man das Heft wahrscheinlich schon bekommen und den Artikel früher oder später auch auf Heise Plus, die Abonnenten können den auch auf Heise Plus lesen. Da ist auch, also in dieser Datei, in der Kurzbefehle-App steckt da unglaublich viel drin, zumal man sie auch erweitern kann, es gibt ja andere Apps, die dann praktisch noch Elemente reinliefern in die Kurzbefehle, die man nutzen kann, um halt kompliziertere Sachen zu machen. Ich denke, das, das größte Problem oder die größte Hürde von dieser Kurzbefehle-App ist halt, dass in dem Moment, in dem du tiefer einsteigst, du schnell so tief einsteigen musst, dass man dann schon sehr schnell am Programmieren kratzt letztlich oder an, und da musst du eine hohe Motivation und Lernwilligkeit mitbringen, die, glaube ich, viele Nutzer gar nicht gewillt sind, die Zeit da rein zu investieren und da haben wir gesehen, dass Apple es ja auch versucht hat, immer einfacher zu machen und dass Apps so praktisch von sich aus vorschlagen können, willst du nicht diese Aktionen automatisieren und halt sozusagen häufige oder gängige Funktionen praktisch als einzelnen Kurzbefehl vorschlagen können, die der Nutzer sich dann einfach aufruft und sagt, ja, ich trage immer diese und diese Sache in die App ein und dann kann ich das einfach mit dem Kurzbefehl super schnell halt diesen spezifischen Punkt in der App ansteuern, ist eigentlich eine gute Sache und da sind ja viele Elemente, die Apple insgesamt natürlich so mit den, die Apps und das Betriebssystem miteinander sprechen lassen und halt Funktionen leichter zugänglich machen, sodass du auch Funktionen zum Beispiel über Spotlight aufrufen kannst und direkt halt an eine bestimmte Stelle in der App springen kannst, das sind alles super nützliche Sachen, glaube ich, und auch außerhalb von diesen Kurzbefehlen und das Schöne ist ja auch, dass man sich Kurzbefehle natürlich einfach aus großen Verzeichnissen runterladen kann und selbst wenn man keine Lust hat, da selbst tätig zu werden und sie selbst zu schreiben und ich gehöre zum Beispiel auch zu den Leuten, die bis jetzt absolut keine Motivation hatten, eigene Kurzbefehle zu schreiben, aber ich habe eigentlich immer was Passendes gefunden, wenn ich irgendeinen Kurzbefehl gesucht habe, so eine bestimmte Sache zu automatisieren, da findet man schon ziemlich viel und kommt auch relativ weit dann damit. Ja und es ist insgesamt auch ein sehr eleganter Weg auf der einen Seite zu vermeiden, dass die Leute lernen müssen selber zu programmieren, aber auf der anderen Seite eben dann doch auch sehr viele, an sehr vielen Parametern drehen können, dann eben von Apps und Funktionen auf dem Gerät, was ja so eigentlich ja eher die Ausnahme ist, was wir auf dem iPhone da so sehen. Also insofern ein sehr interessanter Ansatz, wo ich auch gespannt bin. man muss mal bei den neuen Iris Releases immer mal genau hingucken, so es verbirgt sich immer dann in dem Tab, was ist neu, dann auch so neue Werkzeuge, was die Kurzbefehle angeht. Apple hängt das meistens gar nicht so an die große Glocke, aber das sind gerade in den letzten Jahren waren das teilweise wirklich sehr spannende neue Möglichkeiten. Ja und L lange Listen auch an Funktionen, wo man sieht, dass bei Apple auch da arbeitet nämlich definitiv ein sehr großes Team dran und sehr intensiv. Ich meine, die App selbst haben sie ja zugekauft, mitsamt auch der Entwickler, die glaube ich ursprünglich ein sehr kleines Team waren, sehr beeindruckend, was sie eigentlich auf die Beine gestellt haben und dann natürlich die App sehr tief ins System integriert, weil diese App muss letztlich ins System integriert werden, um sinnvoll zu arbeiten und es ist auch erfreulich zu sehen, dass Apple in den letzten Jahren ein bisschen gelernt hat, bei den Kurzbefehlen von ihrem Kontrollwahn loszulassen und dem Nutzer praktisch auch zu erlauben, Automationen halt auszuführen, ohne alles bestätigen zu müssen und nicht immer zu sagen, ja, ich will wirklich diese Automation ausführen und so, ja, es ist richtig und ich will das wirklich, sondern das wirklich Automationen sein zu lassen und auch Nutzer vielleicht dann mal in was reinlaufen zu lassen, wo sie irgendwie einen Fehler machen oder halt was irrtümlich auslösen, was sie vielleicht nicht wollten, aber das liegt dann in deiner Hand und das muss der Nutzer für sich selbst halt muss auch den Fehler für sich selbst machen und du furchtbare Sachen kannst damit eigentlich du kannst ja nichts komplett kaputt machen aber ich glaube das war gut da hat Apple hat auch Apple zugehört also das ist auch ein Team was offensichtlich zugehört hat auf das was an Feedback von den von Nutzerseite kam und darauf reagiert hat und das ist schön zu beobachten dass es das eben durchaus auch gibt und es ist halt einfach so eine so wichtige App unterm Strich die hoffentlich weiterhin auch mit viel Liebe gepflegt wird bei Apple die Chancen stehen zumindest gut man kann ja auch sein Smart Home darüber steuern man kann es aber auch manuell steuern und dann sind wir bei der Home App von Apple wie oft treffen wir dich dort an Leo ja also schon schon häufiger also es ist die Home App die deckt ja deckt ja schon alles auch ab was man so basismäßig wenn man halt HomeKit Geräte irgendwo in seinem eigenen Zuhause rumstehen hat kommt man ja an der Home App schwer vorbei so ganz und gar also natürlich ist es so dass sie immer noch eingeschränkt ist was so bestimmte Sachen angeht zum Beispiel Lampen oder so wenn die dann Licht Steuerungssachen da bist du ja sehr eingegrenzt oft in HomeKit oder in Apple Home bist du sehr eingegrenzt und musst dann doch am Schluss oft die Apps von den jeweiligen Herstellern heranziehen aber so für die Basissachen und auch für die Szenen und die verschiedenen Sachen die man da so einrichten kann und auch die Automation natürlich ist Apple Home bei mir schon ziemlich fest integriert und natürlich viele der Funktionen letztlich steuere ich auch übers Kontrollzentrum oder sehr empfehlenswert auch und tatsächlich wo wir bei 27 fantastischen iPhone Tipps die ihren Kopf explodieren lassen werden sind sehr empfehlenswert das Apple Home Widget mit den verschiedenen das gibt es glaube ich in verschiedenen Formaten und der Trick ist dass man dieses Apple Home Widget nochmal gedrückt hält und dann auf bearbeiten oder konfigurieren drückt und die Automatik ausschaltet um dann die Geräte zu wählen die man fest dort sehen möchte also die vier Lampen die man immer steuern möchte oder die man am meisten steuert oder die vier Geräte oder sechs Geräte oder wie viele man unterbekommt die man halt wirklich immer steuert weil wenn man das empfohlen anlässt dann wirbelt einem das halt immer irgendwelche anderen Geräte mit super dann kommt mal wieder die KI macht das dann vielleicht besser demnächst aber das kann ich nur sehr das kann ich sehr empfehlen dieses Widget ist tatsächlich nützlich und auch über das Kontrollzentrum kann man im Kontrollzentrum kann man diesen Empfehlungsalgorithmus glaube ich auch abstellen jetzt lehne ich mich vielleicht gerade weiter aus dem Fenster ohne es gerade noch mal nachgeschaut zu haben aber ja an Apple Home führt halt kein Weg natürlich dran vorbei unterm Strich wenn man HomeKit einsetzt ob man will oder nicht es ist traurig weil ich es auch gerade noch mal gesehen hatte dass es auf dem Mac leider hängt die App sehr stark hinterher was ihre Geschwindigkeit und auch Funktionalität angeht da gibt es ein relativ schlechtes Bild aber auf dem iPhone kann man glaube ich mit Apple Home schon ganz gut hantieren wie oft trifft man die bei dir an Malte ich bin tatsächlich Team Kontrollzentrum also natürlich führt der Weg auch über die Home App um die Geräte einzurichten und ich habe festgestellt ich würde tatsächlich gerne häufiger mal da reingucken um die Temperatursensoren die in manchen Smart Home Geräten sind auch abzufragen aber ich muss mir immer ein bisschen zwingen weil ich es einfach so komfortabel finde dann über das Kontrollzentrum dann zu gehen einfach das Rollo runter Lichtschalter ein und das funktioniert halt wunderbar oder tatsächlich auch per Sprachsteuerung also auch da das bevorzuge ich noch vor dem Aufruf der Home App aber das sind einfach Bequemlichkeitsgründe und am Ende sind das ja auch gewollte Wege es sind ja auch Wege die Apple ja offeriert und die man dort ja selber als Komfortmerkmal auch wahrscheinlich auserkoren hat ich habe mir die Temperatur und Feuchtigkeitswerte die habe ich mir zum Beispiel als kleines Widget auf einen Sperrbildschirm gelegt sodass ich mit dem Sperrbildschirm immer die weil ich fand das auch immer sehr nervend und da braucht ja die Home braucht auch manchmal sich zu aktualisieren und bis man dann bei dem Sensor gelandet ist das ist so eine längere Geschichte und die direkt auf dem Sperrbildschirm zu haben da brauche ich nur dann wenn ich den Sperrbildschirm das eine den ich nicht immer benutze und dann brauche ich aber nur zu dem hinzuwischen und dann habe ich das als Widget weiß ich wie ist da das Raumklima das ist ganz nett ein guter Tipp ja ein guter Tipp ist es auch wenn man Apple Geräte besitzt und sie verlegt hat sie dann über die Woist App wieder zu finden oder auch Freunde und Familie das geht ja mittlerweile eine ganze Menge Freunde und Familie die man verlegt hat kann man darüber auch wieder finden es ist eine fast schon vorgekommen sein ja ja definitiv wo ist es schon eine sehr faszinierende App weil die ja basismäßig war das ja erstmal natürlich deine eigenen Geräte zu finden und die eben auch aus der Ferne zu löschen oder diesen verloren Modus nennt die in Apple glaube ich oder verloren Modus heißt er zu aktivieren also da sind ja viele wichtige Funktionen erstmal zur Fernverwaltung eigener Geräte drin untergebracht aber durch diese Integration natürlich den Standort halt auch von Freunden und Familien sollten diese den freigeben natürlich unter der Prämisse dann auch den einsehen zu können ist es natürlich schon unglaublich praktisch gerade im Familienkontext kennt man ja vielleicht auch dann weiß man halt irgendwie kommt jemand bald an oder ist er schon losgefahren und das sind einfach schon nützliche Sachen ich meine da kann man glaube ich eine eigene Diskussion drüber führen ob halt das so gut ist dass jeder andauernd seinen Standort mit anderen Familien Angehörigen und Freunden teilt ja da ist ein eigenes Set an Problemstellen glaube ich und Schwierigkeiten mit verknüpft muss man immer wissen wo alle anderen sind ja also ist das nur positiv oder gibt es auch negative Elemente also das muss man muss man mit sich selbst glaube ich ausmachen da kann man sich auch Argumente für beide Seiten finden warum das vielleicht schwierig ist und wir haben ja gesehen dass Apple jetzt auch mit dieser über die wir in der vorherigen Episode auch schon gesprochen haben mit dieser Check-in Funktion die ja in Wegzeit heißt sie auf Deutsch in iMessage versteckt ist so ein ja so eine so eine kleine Kompromiss gesucht hat dass man seinen Standort eben nicht mehr dauerhaft freigeben muss sondern halt für einen für den nächtlichen Heimweg nur freigibt zum Beispiel oder halt nur für einen begrenzten Zeitraum wo man sagt jetzt hätte ich gern dass jemand mir in Anführungszeichen über die Schulter schaut oder digital halt weiß wo ich gerade bin aber ich will nicht dauerhaft meinen Standort freigeben also das sollte man sich tatsächlich vielleicht überlegen aber war das nicht vorher auch in der wo ist App schon möglich dass du sagen kannst dass du da deinen Standort auf auf bestimmte Stunden reduziert dann dann teils ja 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 auch in auch in iMessage integriert war diese Stunden oder bis zum Ende des Tages ist zum Beispiel so eine praktische Version dass du halt ja einfach sagst heute bis jetzt bis der Tag vorbei teile ich meinen Standort und dann ist es auch okay wieder gerade wenn man sich irgendwo trifft oder so und halt unterwegs ist und weiß dann freut sich wenn man weiß wo der andere gerade ist und ich fünfmal anrufen muss wo bist du jetzt ja die wo ist App ist finde ich ein sehr mächtiges Instrument geworden das in der Tat ja auch gesellschaftliche Fragen aufwirft wenn wir an die AirTags denken dann ist ja sind wir auch bei dem Thema Tracking da hat Apple jetzt ja auch mit Google zusammen nachgerüstet Google hat jetzt ja auch sein eigenes wo ist Netzwerk gestartet das zeigt also letzten Endes aber ja auch ist eine schöne Bestätigung für Apple dass das ja eine Idee ist die irgendwo auch verfangen hat und ich höre immer wieder auch so von Nutzern die eben spannende Ideen entwickelt haben jetzt so jenseits ich teile den ganzen Tag meinen Standort wie sie zum Beispiel jetzt einen AirTag einsetzen können also ein lieber Kollege zum Beispiel der teilt sich ein Auto mit seiner Familie wohnt in einer Großstadt und die haben einen AirTag gekauft und das AirTag liegt im Auto und weil man in Großstädten ja nicht immer den gleichen Parkplatz findet spüren sie dann wechselseitig dann eben das Auto dann mit diesen über dieses AirTag auf mittlerweile können sie dann eben auch dank der AirTag Teilen Funktion das Ganze dann eben auch gemeinsam nutzen ohne dass immer gleich der Tracking Alarm angeht das war lange Zeit ein Problem aber es zeigt so sag ich mal es zeigt so wie in kleinen Alltagsbegebenheiten das dann eben weiterhelfen kann und hat zur Hilfenahme eines eines Tags was 30 Euro kostet und eben dieser System App die dann da in jedem Apple Gerät drin ist ja und selbst also auch ich vergesse zum Beispiel auch gerne selbst wo ich geparkt habe also auch es kann auch für einen allein kann das nützlich sein kann das durchaus nützlich sein nochmal zu sich per AirTag an seinen Parkort zurückleiten zu lassen also dann klar also man kann sich mit AirTags oder auch dadurch dass sie ja inzwischen auch für keine Ahnung 10 15 Euro bekommst du ja schon irgendwelche Dritt Tags die halt sich auch in dieses wo ist Netzwerk einklinken und die genau also Basisfunktionen ja genauso liefern da kann man schon sich nützliche Funktionen für allerhand seines Zeugs und jetzt wenn die Reisesaison wieder losgeht schmeißen die Leute natürlich wieder wie verrückt AirTags ins Handgepäck und Reisekoffer und all die Sachen ist einfach ein angenehmes Gefühl am Schluss zu wissen und Schlüssel auch ich meine in den Urlaub zu fahren und dann nicht mehr deinen Autoschlüssel suchen zu müssen oder den Schlüssel vom Urlaubshaus oder was auch immer also du hast so viele Punkte wo du dir einfach Nerven und Frust sparen kannst in dem Moment in dem du weißt wo wo sind halt diese Objekte ich empfinde es schon als ein recht sehr nützliche Erweiterung mit dieser Problematik natürlich dass sie halt auch einfach sie sind einfach eben zu fantastische Tracking Tools auf eine gewisse Weise trotz aller Schutzfunktionen jetzt natürlich sind wir langsam soweit wenn die Branche sich jetzt zumindest die Hersteller die jetzt eben mitmachen und mitziehen und diesen Standard von den den Apple und Google irgendwie anfangen entwickelt zu haben und der jetzt auch weiterentwickelt wird und eben wirklich zu einem Standard werden soll dass da wenn da möglichst viele Hersteller mit an Bord sind dann auch wirklich wir in der Situation sind dass halt jedes iPhone und jedes Android Smartphone halt dich warnt wenn du halt so ein fremdes einen fremden Tracker im Schlepptau hast das ist natürlich schon dann sind wir vielleicht auch an einem ganz okayen Ort gelandet in in diesem in diesem Problem fällt Hauptsache Leo du vergisst nicht dass du noch ein Auto hast aber also und kaufst dann jedes jeden Tag ein neues aber dann kannst du die auch alle wiederfinden mit deinen AirTags die du dir in die Hand dauert neue AirTags dazukaufen ja die nächste App ist auch noch relativ neu die ja die kann man benutzen um kreativ zu arbeiten und eben auch gemeinsam zu zeichnen oder beziehungsweise Sachen aufzumalen die Rede ist von Freeform seit iOS 16 beziehungsweise iPad OS 16 ist Freeform an Bord und ja hat sicherlich manchem Anbieter von Notizen Apps oder so sag ich mal so Apps wo man mit dem Pencil was machen kann doch durchaus Kopfzerbrechen bereitet ja es macht dieser klassischen Whiteboard App Schiene macht schon natürlich sehr starke Konkurrenz weil es halt eben auch jetzt zumindest auf Apple Geräten halt überall präsent ist plus Vision Pro und da natürlich ein sehr interessiert da ist also ich nach wie vor mal bleibe bei bei der unterschreibe die These dass Freeform in erster Linie in Hinblick auch auf die Vision Pro entwickelt wurde und diese Idee dass du halt da zusammen an so einem großen Whiteboard im Raum arbeiten kannst das macht glaube ich den den Faktor von dieser App besonders aus also man sieht auch schon dass die auf dem iPhone ist ist sie nicht so richtig zugänglich und auf dem iPad fühlt sie sich sehr zu Hause weil du da natürlich mit dem Stift arbeiten kannst und mit den verschiedenen Elementen und da hat sie so dieses Gefühl da ist sie halt sehr klein weil sie auf den iPad Bildschirm begrenzt ist aber sie hat sie vermittelt dieses Gefühl von einem Whiteboard und in Vision OS in der Vision Pro ist sie natürlich ein riesiges riesiges Whiteboard was halt in deinem Raum schwebt und dann sagst du ja okay jetzt verstehe ich was diese App halt soll und warum die da ist und warum die Apple auch selbst gebaut hat unterm Strich also das ist natürlich was 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 da glaube ich was da glaube ich sofort klar wird und ansonsten ist es halt faszinierend zu sehen dass sie da plötzlich solche Sachen auch einfach als wichtig genug erachten und das nicht mehr dem dem Markt an Drittangeboten überlassen haben um zu sagen hoffentlich baut da jemand so eine so eine Whiteboard Lösung wie wir uns das vorstellen sondern das wirklich einfach als eine Standard App halt auf ihren wobei Freeform muss man aus dem App Store herunterladen nee das kam auch ist auch mit irgendeinem Systemupdate erschienen glaube ich ja nee nee Freeform ist kommt kommt auch schon kam glaube ich schon auch per iOS Update oder halt Betriebssystem Update auf die Geräte also ja ist ihnen wichtig offensichtlich wichtig genug gewesen als als App für all ihre für all ihre Geräte wir sind doch längst nicht am Ende des Reigens wobei wir jetzt dann die ja die nächsten Apps dann genau eher schnellen dann ab frühstücken vielleicht noch ganz kurz die übersetzen App spielt die eine Rolle bei dir in deinem Alltag in meinem Alltag eigentlich wir hatten die in der letzten Sendung in der letzten Episode die wir über KI gemacht haben auch schon angesprochen die wird vermutlich jetzt auch mit iOS 18 vielleicht dann doch noch mal prominenter werden oder vielleicht wird der ein oder andere froh sein wenn er jetzt im Urlaub natürlich auch auf diese übersetzen App zugreifen kann die hat ja auch so ein paar nette Modi wie man halt Sprache eingibt und sozusagen so ein Live Übersetzung und sich so gegenüber sitzen kann. Also wer die noch nicht ausprobiert hat, sie lohnt auf jeden Fall einen Blick und sie ist ja sowieso ein bisschen auch in das System integriert und ich vermute, dass oder ich hoffe, dass sie jetzt auch mit iOS 18 nochmal einen größeren Schritt machen wird im Sommer oder im Herbst. Ja und dann haben wir noch eine Liste so Sachen wie zum Beispiel den Kompass, das Barometer, das Maßband, also alles sehr für spezielle Use Cases gemachte Apps. Und es ist halt interessant, dass sie alle da sind, also das ist ja schon faszinierend, dass Apple da sich dann jeweils die Mühe gemacht hat, auch Maßband, das war natürlich, ist ja letztlich so ein Showcase eigentlich gewesen, um zu sehen, mit den Sensoren kannst du natürlich auch den Raum erfassen und kannst halt irgendwie bestimmte Sachen abmessen. Und es liefert einem auch sehr seltsame Ergebnisse manchmal, also ich würde dem Maßband natürlich nicht allzu sehr über den Weg trauen. Aber es gibt natürlich auch, also auch zum Beispiel so eine App wie, was dann halt irgendwann eine App geworden ist, die Lupe, die ja jetzt einfach halt da ist, als einzelne App wirklich ihrem Namen folgt. Und halt einfach diese Lupenfunktion bietet, inklusive noch solche Farbfilter, die dir helfen, je nachdem wie Kontrast ist und wie auch, was die Augen für Farben sehen können. Extrem nützliche App, die ja lange irgendwie halt in den Bedienungshilfen vergraben war oder halt auch über das Kontrollzentrum. Und dann haben sie irgendwann gesagt, okay, das ist verdient, die Position als eigene App halt mit einfach vorinstalliert zu werden und einfach da zu sein. Und ich glaube, über diese Lupe, also da werden sich schon viele Nutzer gefreut haben, dass die einfach da waren und dass sie die benutzen konnten und vielleicht auf irgendeinem Etikett was super Kleingedrucktes plötzlich lesen konnten, ist einfach nützlich unterm Strich. Ich würde ja auch Shazam noch zu den Standard-Apps zählen. Shazam ja, der Zugkauf von Apple, da war ja erst eine eigenständige App und dann haben sie diese Musikerkennung da ja seinerzeit dann übernommen und ich brauche sie nicht sehr häufig, aber wenn ich sie brauche, ist sie extrem nützlich. Einfach um dann, man ist in einem Restaurant, man hört einen Musiktitel und fragt sich, wie heißt der wohl, wie kann ich den nochmal hören? Und jetzt durch die Verknüpfung zu Apple Music hat man es dann ja auch ganz schnell in einer Playliste dann da drin. Also das ist wirklich sehr nützlich. Ja, gerade als der Sprung gekommen ist, dass du Shazam nicht nur mit externer Musik einsetzen konntest, sondern auch die Musik praktisch, die gerade auf dem eigenen Gerät abgespielt wird, halt auch durch Shazam laufen lassen kannst und dann halt weißt, okay, was in dem YouTube-Video, was da gerade im Hintergrund lief, war halt das und das Lied. Also das, ja, ich brauche es auch nicht super oft, aber bin auch immer froh, wenn ich es brauche, dass es dann halt einfach als eine Funktion da ist und Shazam ist ja eigentlich eine faszinierende Geschichte, dass das einfach so ein Drittdienst war, der so lange halt für sich selbst gewerkelt hat und dann einfach von Apple eingekauft wurde. Und man muss sagen, es ist irgendwo ja natürlich tatsächlich eine tolle Systemfunktion, weil das gehört irgendwie auch ins Betriebssystem, dass das greifbar ist, denke ich. Also war wahrscheinlich von Apple in mehrererlei Hinsicht clever, das zu kaufen, zumal für Apple das ja sicher auch interessant ist, was Leute dafür, ich weiß nicht genau, ich meine, an Shazam, es gibt ja einen unglaublich tiefen Einblick in das, was Leute halt mit, wie Leute Musik finden und welche Musik gerade besonders beliebt ist und welche Musik besonders viel Shazamt wird. Also da findest du sicher sehr viele interessante Einblicke. Ich weiß nicht, was da unter Datenschutzaspekten, wo Apple da irgendwie den Riegel vorgeschoben hat, aber ich glaube, Shazam hatte einen unglaublichen Datensatz an interessanten Einblick in Musikverhalten. Und das für Apple und Apple Music ist das sicher nicht uninteressant. Definitiv. Ja, jetzt sind wir am Ende des Reigens unserer Standard-Apps-Betrachtung. Auch dies ist eine etwas längere Sendung geworden, aber ich fand das wirklich hochspannend, einfach mal so durchzugehen, die verschiedenen Apps, wo dann was gut ist, was vielleicht nicht so gut ist, was besser werden könnte, wie die Dinge sich entwickelt haben. Und hoffentlich geht das auch Ihnen und euch, die den Mac & I-Podcast gehört haben, so gerne wie immer Feedback an uns schreiben. Wir freuen uns natürlich auch über positive Bewertungen oder generell über Bewertungen in der Apple Podcast-App, da sind wir wieder bei einer Standard-App. Ja, und Gemüse und Süßigkeiten gibt es dann beim nächsten Mal wieder, das sind zwei Wochen, also Unterhaltsames und Wissenswertes zwischendurch oder generell ja auch im Heft, in Mac & I oder in heiße Plus-Artikeln, dann eben die das Thema Apple betreffen oder eben auch alles andere. Ja, Leo, ich danke dir. Danke, Malte. Dann bei der nächsten Sendung werden wir uns ziemlich sicher schon der WWDC widmen können, die ja jetzt mit schnellen, schnellen Schritten auf uns zukommt und aller Erwartung nach viele, viele, viele spannende Neuigkeiten auch mit sich bringen wird, über die man sicher auch schön sich unterhalten kann. Ich denke, uns gehen die Themen nicht aus. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis dahin. Ciao.